Also, wir sind jetzt, ich glaube wir sind live. Okay. Räumchen, gehen wir direkt auf die Beubelkamera? Puh, keine Ahnung. Ich glaube schon. So, Chat ist so eine Sache, ich mache den, ich mache mal so eine halb halber auf. Wir sitzen halt absurd weit weg von dem Monitor. Ja, definitiv, das wird nicht passieren. Aber du hast ja eventuell den Chat dann auch auf deinem Handy. Nee, aber ich sage mal so, der Chat rastet bei uns jetzt grundsätzlich nicht ganz so aus. Man kann uns aber ja auch durchaus mal auf Twitter eine Frage stellen. Genau, also dann würden wir auf jeden Fall eine Notification auf dem Handy bekommen, eine Benachrichtigung. Ja. Und würden sagen, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich schaue auch direkt auch mal rein. Und bist live. Das ist correct. Warum habe ich 20 Notifikationen bei Twitter eigentlich? Weil wir uns in eine Zoom-Bombing-Diskussion gestern reingeschossen haben. Deswegen haben wir jetzt ein Twitter-Bombing. Ich konnte gestern Abend so um 10 einfach nicht von mir lassen und musste darauf antworten, weil das einfach Quatsch ist. Aber das ist ja unser zweites Thema. Ich gucke gerade mal. Ah, du, der Wahnsinn. Gute Education ist gerade live. Ich stelle das mal vor. Träumchen. Das ist, wir machen das mal so halb halb. Mal gucken, ob hier was stattfindet. So, ich gehe mal drauf und es steht zwar Research 101, not so green screened. Oh ja, das müssen wir, oh Gott, das ist ein absoluter rookie mistake. Was machen wir heute eigentlich? Was machen wir heute eigentlich? Wir sprechen über internationale Universitätsbeziehungen. Okay. Wir können nicht anders. Wir müssen irgendwie einmal darüber sprechen und dann... Es gibt eine sehr gute Folge von der Serie Fawlty Towers. Kennst du die? Nee, Fawlty was? Fawlty Towers mit John Cleese aus den 70er Jahren. Und da gibt es eine Folge, da gibt es das Sprichwort Don't Mention the War. The Worm. The War. Ah, ja, ja, okay. Ja. Und ja, aber irgendwie, klar. Also, wird es nicht ohne das gehen? So, ich mache jetzt mal das, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich klicke mal so ein Handy, ich mache mal den Ton an. Und es klingt gut. Es klingt fantastisch. Das sind ja auch wir. Sagt er im Brustton überzeugend. Meine lieben Leute, wir fangen gleich tatsächlich richtig an. Wir mussten nur ein bisschen noch aufbauen. Seht es uns nach. Aber, dafür haben wir, das ist die Frage, wer hat den linkeren Arm, dafür haben wir nicht nur eine, sondern auch eine zweite und eine dritte. Okay, wir haben zwei Kameras. Wir haben zwei Kameras. Also die dritte ist schon wieder ausgegangen. Wir wissen nicht so richtig warum, aber egal. So, Prost erstmal. Auf die 19. Folge, Bits & Bytes, gar nicht so oft verwendet der Titel im Internet. Aber auf die 19. Folge, in fast zwei Jahren. Wir haben es ein bisschen, weißt du, wann wir das erste Mal gestreamt haben? Ich habe es nicht aufs Datum genau rausfinden können. Ich glaube, im Juni 2020. Ich glaube auch. Also ich glaube irgendwie im März ging dieses Corona los. Und dann war die Aufregung und die Verwirrung, glaube ich, auch erstmal so groß, dass man nicht daran gedacht hatte, noch mit Leuten, die man noch gar nicht kennt, über Twitter zu streamen. Ich weiß noch, dass ich relativ viel, das ist Furore, aber ich habe versucht, dieses Stream-Thema so ein bisschen zu pushen, weil mich das im Winter schon total beschäftigt hat, weil ich keinen Raum gefunden habe. Da gab es Corona nicht. Also die wären schon, aber nicht bei uns. Und dann, ich weiß auch gar nicht, wie das zustande ist. Ich glaube auch über den Twitter-Campus tatsächlich. Definitiv war das irgendwie eine Geschichte, die halt über Twitter lief, ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte irgendwann mal was getwittert, weil so die große Frage war, ja, wie kriegt man jetzt irgendwie so Massenvorlesungen ins Internet und das Zoom, je nach Lizenz, hat ja auch irgendwie ein Teilnehmer-Limit von, keine Ahnung, 100 Leuten oder 200 Leuten oder 300 Leuten. Und wenn man jetzt so an große Betriebswirtschaftslehre-Vorlesungen denkt und dann habe ich irgendwie so, naja, hold my Twitch-Account, ja. Also, weil, ich meine, wenn man Sachen da rausbläst, dann können da natürlich eigentlich nahezu beliebig viele Leute, sage ich mal, zuschauen, als zumindest nichts, was irgendwie einen universitären Rahmen sprengen sollte. Also, ich habe auf Twitch auch schon, also, auch die Vize-Wahlkampf hat die heutige Vizepräsidentin Kamala Harris irgendwann gestreamt. Ich glaube, da haben mehrere hunderttausend Leute, klar, weil es ein Publikumsmagnet ist, aber auch regelmäßiges Streamer, 5000 ist quasi noch eine niedrige. Klickstellige Zahl. Ich glaube, so viele eingeschriebene Ingenieursstudierende habt ihr gar nicht. Vermutlich nicht. Also, wir haben, ich glaube, die Uni Magdeburg hat insgesamt so aus die 13.000 Studierende. Ja. Hört man eigentlich unsere Mikrofone gleichzeitig? Unsere Mikrofone hört man definitiv gleichzeitig, weil die halt... Nicht, dass du in Mainz sprichst, aber... Nee, nee, nee. Also, ich... Du kannst ja auch mal was sagen. Also, ich bin mir relativ sicher, dass das funktioniert. Ich geh mal nochmal kurz... Okay, weil das wäre halt super schade, wenn man... Das wäre super schlecht, aber wir haben ja hier ein gutes... Aber vielleicht kriegen wir das... Ich habe Verbündete im Chat, die... Die sind natürlich weiter weg, aber wenn man uns doppelt hört, dann müsst ihr uns das jetzt sagen. Das wäre eins nice. Es sieht... Genau, einfach nur, das war gerade so die... Vom Empfänger her, fantastisch. Aber Neuer bei mir. Genau, und was ich auch so als Metrik ist natürlich auch eine... Das ist natürlich auch eine... Da wurde auch eine Visibilität oder eine Metrik geschaffen, die eine Uni, ja, sag ich jetzt mal böse, gar nicht so will. Wer schaut... Also, wer guckt zu? Wie aktiv ist das Ganze? Auf einmal wurden Dinge sichtbar, das sagt man ja auch insgesamt bei Corona, die vielleicht gar nicht... Die vielleicht lieber... Also, eher im Verborgenen geblieben worden wären, weil man... Muss man sich vielleicht nicht so rechtfertigen. Was ich immer sage, es gibt große Kanäle, die auch Educational Content betreiben, auch auf YouTube. Und wenn da ein Kanal, die eine halbe Million Zuschauer hat, dann lädt der Montag was hoch oder er oder sie, der Hersteller. Und donnerstags hat es mehr Leute erreicht, als eine durchschnittliche deutsche Uni insgesamt Studierende hat. So. Ja, definitiv. Und jetzt kann man natürlich mal sagen, okay, Twitch ist ja halt nur sowas, es gibt sozusagen nur einen Kanal. Der Rückkanal ist halt in Anführungszeichen nur ein Chat. Ja. Oder man kann sich halt andere Sachen überlegen. Also man kann natürlich mit einem gewissen Delay auch, klar, sowas wie Karoot nutzen über Twitch oder Mentimeter oder letztendlich auch Leuten sagen, schreibt irgendwie Kommentare oder Sachen in dein Lieferpit rein. Ja, oder auch sowas wie Clickmaps. Also dass man sagt, okay, geht nicht nur im Chat ab. Oder auch da gibt es ja, also Clickmaps sind eine super Gelegenheit. Natürlich auch total niedrigschwellig. Ja, am Ende klicke ich da auch nur auf eine Maus, um eine richtige Antwort auszuwählen. Aber auch gerade diese, weil man spricht ja mal so von dem Chat, das Leute dann da reinschreiben, aber es ist ja bei Twitch einfach deutlich komplexer mit irgendwelchen Voting-Mechanismen, die es natürlich auch mittlerweile in Zoom gibt, irgendwelchen Emojis. Ich glaube, es wird einfach unterschätzt, dass wenn du was Witziges in der Vorlesung sagst, dass einfach der Pockchamp auf einmal hochkommt oder irgendein anderer Insider, den man mit seinen Studierenden oder seiner Community hat. Oder auch wenn einfach Verwirrung herrscht. Also das passiert auch bei den US-Props, die ich mir angeguckt habe regelmäßig. Da fliegen dann irgendwelche Confused-Smileys und teilweise fliegen die auch wirklich durchs Bild und dann hat man die Rückmeldung. Ich glaube aber, es muss so eine gewisse kritische Masse erst erreicht werden. Das traut man sich wahrscheinlich bei zwölf Zuschauern eher weniger. Ja, aber machen wir uns nichts vor. Also sozusagen die Massenvorlesungen, um die es da vielleicht mal gab, die waren wahrscheinlich relativ wenig interaktiv, sodass das halt mit diesem einen, traurigerweise, eher Hinkanal gar nicht so in diesem Problem war. Und dann würde ich da noch die nächste böse Hypothese hinterher schieben. Ich glaube auch nicht, dass genau diese Vorlesungen sich groß geändert haben durch und nach Corona. Vermutlich ist das nicht so. Genau, und das ist genau die Sache, wie du meintest, man schaut dann, also man macht Sachen öffentlich, die man vielleicht sonst vorher eben auch nicht öffentlich gemacht hätte oder man möchte. Das war nicht vielleicht ab und zu, dass da halt so Sachen Leute von extern reinschauen. Es gibt diesen schönen Spruch da oder dieses schöne Sprichwort Skin in the Game, was man da halt reinpackt. Und ich glaube, das ist eben nochmal was anderes, ob ich Sachen vorher auf Video aufnehme, produziere, mir das irgendwie angucke, ob das passt und so und dann hochlade oder ob ich es eben gleich live streame und es dann im Prinzip... Es ist sofort draußen. Wenn ich mich verspreche oder was Blödes sage, dann habe ich drei Sekunden, aber eigentlich genau, mit einer Person hinter der Kamera, die wir jetzt heute nicht haben, wäre sogar das möglich. Also ich meine, das ist ja auch bei Live-Fernsehen, so wie ich es als Laie verstehe, dass wenn, ich meine, der berühmte Blopper zur Halbspielzeit der Superbowls vor viel, vielen Jahren, als es einen sogenannten Nickelgate in Amerika gab und auf einmal war klar, dass der Superbowl irgendwie mit zehn Sekunden Zeitverzögerung, irgendwelche solchen Mechanismen und das bringt uns natürlich zu einem zweiten Thema später, wenn wir über, ich finde den Namen nicht so passend, aber gestern wurde das Zoom-Bombing genannt, wo man ja auch wahrscheinlich so eine gewisse, ich beschreibe das mal als redaktionelles Eingreifen, das wäre sozusagen so ein Delay, wo ich merke, okay, auf der Live-Spur passiert gerade was, was ich nicht an Millionen Leute rausenden möchte. Da machen wir aber als zweites Thema, wenn wir uns überlegen, ich springe nochmal rum. Als erstes Thema, um ein bisschen in der Zeit zu bleiben, würde ich, was bei dir und mir immer so ein Stunde zehn ist eigentlich nie das Problem, um mal so ein bisschen den Elefanten im Raum anzusprechen. Als wir es jetzt mal gestreamt haben, war das der 23. Februar und wir haben uns nicht mit der Politik beschäftigt, wir haben uns einfach nur mit einem damaligen oder mit dem Aufenthalt in Russland, in Kasan beschäftigt, wie es dir da so geht, wie der Alltag so ist, wie die Lehre ist, welche Präsentationen du dort gehalten hast, welche Workshops. Als ich dann am 24. auf mein Handy geguckt habe, habe ich es nicht so ganz verstanden können, weil der Angriffskrieg ist erfolgt und ich dachte mir so, hätten wir es ansprechen sollen und als wir es dann im Nachgang besprochen haben, haben wir gesagt, okay, beim nächsten Mal möchten wir es auf jeden Fall mal ansprechen, insbesondere weil du jetzt wieder hier bist. Ja, genau und vielleicht sprechen wir, also auch vielleicht da noch der Prolog, wir sind keine Foreign Diplomacy Experts, genauso wie wir keine Public Health Advisor Experts sind, aber so Hochschulkooperationen, Hochschullehre, damit kennst du, wie auch du, 20-Jähriges Jubiläum bald. Bald, also vorhin kurz so gesprochen, seit 2003 bin ich im Magdeburg als Student, seit 2008 als Mitarbeiter. Insofern kann man da durchaus mal drüber sprechen, was mich interessieren würde, deswegen haben das ja auch internationale Unikooperationen genannt, wie es sozusagen, also vielleicht passieren wir noch mal ein bisschen Revue, was jetzt sozusagen aus der Perspektive in den letzten Tagen in Kazan so passiert ist, du hattest auch ein Foto getwittert, wo man Patrouillierende, was für auch immer geartete. Genau, also der Protest in Russland war, würde ich sagen, da, aber natürlich sehr subtil, weil man halt sagen muss, dass alle Leute, die mit der Uni assoziiert sind, natürlich irgendwie auch Staatsbedienstete sind und da sehr vorsichtig sein müssen, sich allzu kritisch zu äußern, weil sie ja auch morgen noch irgendwie Lohn und Brot stehen möchten. Ja, schon, ne? Also, ich habe aber jetzt so in der Uni-Blase, in dem Uni-Umfeld eben auch natürlich niemanden getroffen, der das halt gut fand, was da passiert ist. Wir haben ja bei Leuten sowas gesagt, wie, ja, Big Boss is going crazy. Oh, wow. Was ich auch interessant finde, das ist irgendwie so eine sehr klare, das ist ja schon mehr als eine Anspielung, aber ohne Putin beim Namen zu nennen. Ja, und auch nur sozusagen unter vier Augen. Gab es denn Leute, die dich wirklich so direkt darauf angesprochen haben? Ja, ja, auch schon. Also definitiv. Also auch da standen alle Pfand im Raum und alle haben natürlich so, haben sich auch Sorgen gemacht, weil die, also ob und wie ich dann halt zurückkomme, weil dann schon irgendwie auch klar werden würde, dass, also es war halt allen Leuten klar, okay, jetzt kommen wieder mehr Sanktionen, ist die Wirtschaftsbeziehung, diese ganzen Uni-Kooperationen, die über Jahre mit viel Herzblut und viel Initiative und viel Engagement aufgebaut wurden. Ach, das ist ja bald Jubiläum, oder? 2014 habt ihr angefangen? 2014 haben wir angefangen. Also das, was die einen mit den Händen aufbauen, reißt der andere mit dem Arsch wieder ein, wie man so schön sagt. Und Raketen, ne? Ach so, ich meine, das ist schon heftig. Und mit Bomben und Raketen, ja. Und also, und das dann halt, Kazan ist auch eine touristische Stadt, dass da perspektivisch weniger internationale Touristen kommen werden, dass auch der seichte Wohlstand, den sich die Leute da über die letzten Jahre aufgebaut haben, natürlich wieder runtergehen wird. Das, das war da allen, die, also die, die Folgen dessen konnten halt da alle, die zumindest so in dem Unidunstkreis sind, auf jeden Fall schon abschätzen. Weil, also das hat, beim Rückflug habe ich mir noch keine Sorgen, also irgendwie war, also das war, so weit habe ich noch gar nicht vorausgedacht, weil das war mir irgendwie fast klar, dass das mit dir schon wieder passt. Weil du ja auch vor allem schon eine, also ich habe, ich habe dich ja auch gefragt, wann fliegst du zurück und dann war so, ah ja, am Samstag, ja gut, das wird einigermaßen passen. Ja, ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass es dann halt so knapp war. Ich meine, ich war ja, was die eine Kollegin in Kazan auch gesagt hat, war, Matthias, dass, also ob und wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, ist so ein bisschen unklar, aber lass es, lass beim nächsten Mal bitte hoffentlich nichts, viel muss passieren, weil als ich vor zwei Jahren da halt losgeflogen bin, da war halt gerade Corona und da war auch so eine Woche später zurück, wäre noch ganz gut funktioniert, zwei Wochen später wäre auch schon knapp gewesen. Ich glaube so nicht, dass deine Frau nicht jemals dann wieder hinfliegen lässt. Also ich sage mal, im Moment kann man da auch wirklich nicht gewissens wieder hinfliegen, zumindest solange der jetzige Präsident da noch Präsident ist, aus meiner Sicht. Aber, also dass es jetzt so knapp wird, zurückzukommen, hätte ich halt auch nicht gedacht, weil wenn ich einen Tag später geflogen wäre, wäre es schon irgendwie echt knapp geworden. Ja, aber ich, also ansonsten, ich habe halt dieses eine Flugblatt da gesehen, was irgendwann an der Straße ging, was ich auch gepostet habe. Dieser stille Protest, ohne wieder Putin beim Namen zu nennen. Ja doch, da stand, ich mache mich nicht zum Komplizen der putinschen Verbrechen, da wurde schon Putin explizit genannt. Weil das ist mir, ja. Und am Freitagabend, also am Donnerstagabend, als der Angriffskrieg losging, haben wir uns noch getroffen, auch mit Leuten vom DAD und da waren also natürlich alle auch schon sehr betrübt, aber noch vorsichtig optimistisch, dass die Kooperationen irgendwie zumindest, die gestartet wurden, halt weitergehen auf Sparflamme. Aber dass man natürlich jetzt keine neuen Kooperationen selbstverständlich schaffen kann, keine neuen Studiengänge. Und am Freitag kam dann aber auch so die Nachricht, ja schon über den DAD. Weißt du denn, ob das, also der DAD hat ja ein Auslandsbüro, also so ein richtig groß, also eine offizielle Außenstelle, ja. Genau, in Moskau und sogar eine Infostelle in Kazan, habe ich gesehen. Weißt du denn, ob das Büro wirklich überhaupt noch, weil da Büro, habe ich ja auf der Bahn hier ja heute Morgen keine Informationen gefunden, ob das noch aktiv ist, weil das ist ja schon, also ich, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, ja. Okay. Weil, weil die Leute, die da halt für den DAD aktiv sind, eigentlich schon auch, naja, ich will nicht sagen verwurzelt sind, aber schon relativ Faktor ausgewandert. So, so semi. Ja. Und das jetzt für sie auch schwierig wird, glaube ich, da alle Zelte mal eben so schnell abzubrechen. Ich kenne aber Leute, also Sprachassistenten zum Beispiel, die sind dann jetzt eine Woche später als ich dann über Istanbul zum Beispiel ausgeflogen, was dann noch irgendwie so ein Flugweg war. Also selbst mein Flugzeug ist ja schon ein Bogen über die Ostsee geflogen, weil der polnische Luftraum schon gesperrt war. Ach, krass. Und halt, was ich noch erzählen wollte, an dem Freitagabend, also als der Krieg schon einen Tag lief, da war ich noch mit auch einer DAD-Sprachlehrerin was essen auf der Ulitzer Baumann, das ist so die Einkaufsstraße in Kasan. Und ja, da patrouillierte eben dieses Trupp, dieses Vierertrupp in Kampfanzügen. Hast du das Foto gemacht? Das habe ich gemacht, das Foto, ja. Und das ist halt die Roskardia, das ist die russische Nationalgarde, die wurde auch erst 2016 gegründet, die untersteht auch Präsident Putin sozusagen direkt und wurde mal gegründet mit dem Ziel der Terrorbekämpfung. Und ist jetzt aber natürlich im Moment einfach nur dafür da, landesintern die Opposition zu unterdrücken. Und also, wenn da jetzt, auch wenn ich da wahrscheinlich oder irgendwer halt in dieser Einkaufsstraße jetzt irgendein Schild hochgehalten hätte, dann hätten die die Person natürlich sofort da eingesackt. Und ich meine, ich bin da nur 100 Meter lang gelaufen und habe da so einen Vierertrupp gesehen. Also da werden sicherlich noch mehrere von diesen Trupps unterwegs gewesen sein. Und das sind halt insgesamt russlandweit 300.000 Mann. Und also wenn man sich jetzt eben überlegt, dass Russland ja in Anführungszeichen nur mit 100.000 Leuten in die Ukraine eingefallen ist ungefähr, dann gibt es da halt nochmal dreimal so viele Leute, die halt innerrussisch die Opposition in Schach halten. Das ist schon total krass. Also die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, und das bringt uns so ein bisschen auch auf ein größeres Thema, inwieweit, es wird auch von Wissenschaftsbrücken gesprochen, von, in einem Bericht heute Morgen habe ich, außen wissenschaftspolitisch. Also dass sozusagen Wissenschaft, Forschung und auch Lehre jetzt auch in deinem Fall, ein gewissen, irgendwie merkt man, dass das doch auch politisch ist, das ist ein politisches Feld, da war das ja auch alles politisch, aus guten Gründen, ob das irgendwie durchaus, ob diese Brücke überhaupt existiert, ob man jetzt doch lieber sagt, so wie jetzt auch die OVGU oder auch die TU Ilmenau, es gibt erstmal keine Doppelabschlüsse mehr, es finden auch irgendwelche Workshops nicht mehr statt, weil irgendwie, ohne mich jetzt groß und mit Russland, ich kenne mich groß und mit groß und mit gar nicht aus, es scheint sie ja nicht gereicht zu haben. Diese Verbindung, der Wissenschaftstransfer, alle Theorien, die wir darum kennen, auch dass du mit gewissen Fördergeldern da auch regelmäßig rübergeflogen bist, dass Studierende hierher kommen und Stipendien bekommen, ich sage jetzt mal ganz böse und zynisch, das scheint ja alles nicht gereicht zu haben und das scheint man bewusst aufs Spiel gesetzt zu haben, weil es zu mir dann auch egal ist. Ja, also ich meine, dass jetzt diese ganzen Kooperationen in Stocken gekommen sind, also daran sieht man, also daran stellt man erstmal fest, wie viele Kooperationen es eigentlich schon gab, also nicht nur mit Kazan, ich habe ja auch vielleicht noch welche mit Moskau und dem Institut und natürlich auch mit Studierenden aus der Ukraine, die vielleicht schon eher in Stocken gekommen sind aufgrund des Krieges und des vorher schwedenden Konfliktes. Tja, schwer zu sagen, ob vielleicht noch mehr Kooperationen irgendwie, also da noch zu mehr Gesprächen im Vorfeld geführt hätten, ich glaube es fast nicht. Also ich glaube, dafür sind dann halt, also zumindest dafür ist dann die Kazaner-Uni, glaube ich, auch zu weit weg. Ja. Zu weit weg von Moskau, weil dann das Land Tatarstan nochmal zu eigenständig ist, glaube ich. Ist das eine Region oder ein Land? Ja, das ist im Prinzip so eine Republik. Wow. Also und das ist so, wie man bei uns vielleicht sagen würde, wie ein Bundesland. Okay. Ah, okay. Aber eins, was schon relativ, aus meiner Sicht relativ autonom ist, also sie legen schon sehr viel Wert auf ihre eigene tartarische Sprache, auf ihre eigene tartarische Kultur und wenn man sie jetzt fragen würde, was sie sind, würden die Leute da auch eher sagen, wir sind Tartaren und wir sind keine Russen. Also es ist vielleicht so ein bisschen, ich vergleiche es mal mit Bayern in Deutschland. Okay, ich überlege jetzt so, dadurch, dass jetzt viel mehr Informationslage oder auch einfach Fokus da ist mit Konflikten und Bürgerkriegen, vielleicht ab seiner Wahl in Georgien, auf jeden Fall bewaffnete Konflikte, wie man neudeutschpolitisch dazu sagt. Insofern ist es schon irgendwie interessant, dass es sozusagen, weil es so ein großes Land ist, nochmal, kein Russland-Experte, auch da über eine Subdemografie gesprochen wird, die sich auch anders bezeichnen. Ich weiß es nicht, ob die Kooperationen, ich meine, ihr habt 2014 das Ganze gegründet, damals war ja auch die Krim, ja auch wieder zynisch frisch annektiert und auch das war ja ein Einfall. Auch das scheint ja nicht geholfen zu haben, ich weiß es nicht. Und auch das wird mal an der Stelle einfach gesagt, es trifft ja zivile Studierende und Lehrende. Also die Beamten oder Dienste sind natürlich auch in einer ganz schwierigen Position. Wobei auch da, muss man sagen, gab es ja einen relativ großen Protest oder einen offenen Brief, wie man ihn genannt hat, den auch relativ viele und auch die höchste Wissenschaftsakademie mit unterschrieben hat, was ja durchaus in einem doch so diktatorischen Land ein starker Zug ist, zivilpolitisch. Definitiv. Also das muss man sich auch erstmal trauen. Genau. Also das meine ich, also diese ganzen Leute, die da relativ offen oder auch verdeckt protestieren, denen muss man aus diesem Respekt zollen, weil das halt schon... Guck mal, ob wir Fragen bekommen haben. Ja, sehr mutig ist, also weil der Chat da, meinst du, der funktioniert nicht, ne? Ich glaube, ich glaube schon, dass der funktioniert. Ich kann doch mal gucken. Falls uns jemand zuschaut, was bestimmt der Fall ist, schreib doch einfach mal was in den Chat rein. Schreib mal Hallo in den Chat. Kurz vor Mittagspause. Also, ja, jetzt ist es durchaus, also es... Aber, also diese Kooperationen helfen natürlich, ich meine, ich war jetzt, ich habe mal gerechnet, dass das 8. oder 9. Mal in Russland, also das hilft natürlich ein bisschen, diese Kultur da zu verstehen. Hier, Marina Weismann hatte ja letztens auch so einen längeren Twitter-Thread und einen Blogartikel. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt auch wieder Russland-Versteher bin, aber klar, manche Sachen ticken da halt schon so ein bisschen anders und das hilft einem schon, so diesen Außenblick von uns, von Deutschland gesehen, auf Russland nochmal mit so einem bisschen inneren Blick halt zu verknüpfen. und ich, also, zum Beispiel folge ich halt deswegen ja auch einen Haufen Leuten, mein Ding, Russen und Russinnen bei Instagram und kriege da auch mal so ein bisschen mit, was da halt läuft. Schon ein Einblick, also... Genau. Ja, und das sind halt schon detailliertere Einblicke, die man jetzt eben sonst so nicht hätte, wenn man sich eben jetzt wieder nur über, ja, Zeitungen, journalistische Beiträge und das Fernsehen informiert. Ich meine, an sich, es ist ja so eine Art Völkerverständigung auf universitären und Forschungswegen und an sich muss man ja sagen, hat das durchaus ja auch, also, wir hatten zum Beispiel auch in der Schule eine sehr intensive Beziehung, ich glaube, jede Schule hat Städtepartnerschaften und Schulpartnerschaften mit Frankreich, da würde ich sagen, hat das über Jahrzehnte sehr gut funktioniert. Ich hatte auch in der Schule früher einen russischen Briefwoll. Ach, okay. Aber das war noch so, wirklich mit analoger Post und die russische Post ist sehr langsam, das dauert dann immer sehr, sehr ewig, bis da irgendwie mal was rinkommt und zurückkommt und darüber ist das, ich glaube, wir haben das auch noch ein Schüler gemacht und der ist irgendwie so, drei, viermal Ping, 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 Punkt, hin und her, aber halt darüber nicht geschafft. Du hast den Deutschen geschrieben und du hast in Europa Russisch gerne gemacht. Ja, genau, wir haben das Russisch gerne gemacht. Also, wie man das halt so macht. Ja, also, ich glaube, ja, also, ich sage mal so, ich bin froh, dass ich wieder hier bin, irgendwie über Moskau und irgendwie mit Zug und Fähre über Finnland oder wie auch immer wäre ich auf jeden Fall schon wieder zurückgekommen, glaube ich. Ich glaube auch, dass die Kooperation tatsächlich erstmal dahin ist. Also, ich sehe mich zumindest in diesem Jahr und im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch im übernächsten Jahr never ever wieder nach Kazan fliegen, was total verständlich ist, was auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie total schade ist. Und ich glaube, die wirklich, wirklich Leidtragenden im Moment sind halt die Studierenden, die also abseits der Leute, die natürlich direkt von dem Krieg betroffen sind, aber die Leidtragenden dieser Kooperation sind die Studierenden, die hier sind, weil sie halt A, nicht zurückkommen, weil keine Flüge gehen, weil ihre Finanzierung irgendwie im Moment schwierig ist und weil sie auch nicht perspektivisch diesen Doppelabschluss bekommen werden. Also, die hängen jetzt hier so ein bisschen in der Luft, ist so ein bisschen nicht frischlich gleich und die habe ich jetzt zum Beispiel auch ehrlicherweise gar nicht gedacht, dass das, wenn man, ja, also wir haben im Moment halt auch noch russische Studierende hier, die gestrandet sozusagen, die so ein bisschen gestrandet sind. Und für die Leute, die ich jetzt in Kazan unterrichtet habe und mit denen ich da zusammengearbeitet habe, ist natürlich auch total schade, dass die halt nicht herkommen können, aber gut. Logisch, aber da ist man leider seiner Politik maximal ausgesetzt. Muss man vielleicht auch sagen, dass man sich lieber auf die Kooperation mit ukrainischer Seite konzentriert, also jetzt auch die ummanente Hilfe für Studierende und auch Lehrende, Forschende, dass die, dass man eher denen den Freiraum gibt. Also, also die haben, die ukrainischen Studierenden haben mich zum Beispiel auch schon mehrfach in die Ukraine eingeladen. Das hat sich jetzt aber in den letzten Jahren aufgrund Corona halt auch nicht so ergeben. Aber interessanterweise, es gab halt noch eigentlich Bemühungen unserer Uni, jetzt im März noch nach Racki zu fliegen. Das wurde jetzt eigentlich praktisch auch in letzter Sekunde halt abgesagt, aufgrund des Krieges, ja. Aber gut, ich meine, es wird in der Hinsicht weitere Kooperationen mit anderen Ländern geben, mit denen man solche Austauschstudiengänge und Doppelmaster-Abschlussstudiengänge neu starten kann. Und da muss man mal sehen, ob und wie das irgendwann mal vielleicht mit Kasane oder mit diesem Griad weitergeht. Ja, es ist halt, genau, weil es ist halt schon krass, dadurch, dass es wirklich die German-Russian Institute of Advanced Technology, das hatten wir das letzte Mal. Insofern ist es ja wirklich nicht nur, dass man, also es gibt ja auch Fakultätsbekundungen und Freundschaften, die vor allem eher auf die Professorenebene, wo sich Leute gut kennen. Aber das ist ja wirklich eine intensive, mit Ressourcen und Geld und Zeit aufgebaute, physische Kooperationen, wo man sagt, wir gründen zusammen eine Uni. Und da ist ja nicht nur Magdeburg dabei, sondern auch Ilmenau und Kaiserslautern. Kaiserslautern. Das sind ja jetzt auch große Unis, drei Unis, die zusammen, also insofern ist das ja schon, also nicht nur schade, sondern auch einfach, ja, fast schon verdreht. Ja, es ist schon eine gewisse Zäsur, ja. Ja, also viele, es gab jetzt auch über die Corona-Zeit eine Digitalisierungsinitiative, die natürlich jetzt gestoppt ist. Also, dass aus total berechtigten Gründen auch der DAAD sich wünscht, dass eben Sachen, die jetzt noch mit den Studierenden stattfinden, eben auch keine, ja, hochschulöffentliche oder keine Außendarstellung bekommen, was total berechtigt ist, was total nachvollziehbar ist. Aber zum Beispiel aus diesem Grund, ich habe in den letzten Jahren immer einen sehr schönen Artikel über meine Flying Faculty-Vorlesung auf der Fakultätswebseite veröffentlicht. Diesen Artikel wird es jetzt in diesem Jahr halt auch nicht geben. Ja, also ansonsten haben wir jetzt immer im März mit den Studierenden so eine kleine Studierendenkonferenz gemacht, einfach das über diese Studiengänge, die es so gibt. Also die wären hergekommen? Also wir haben das immer abwechslend gemacht, mal in Ilmenau, mal in Magdeburg. Ah, okay, ja. Also dass man halt diese, es gibt ja insgesamt neun Kooperationsstudiengänge. Das ist ja auch krass, neun Studiengänge. Also es gibt Unis, die haben keine neun Studiengänge. Also naja, ja, aber dass sich auch mal die Studierenden aus Ilmenau und aus Magdeburg, also die Kasaner-Studierenden aus Magdeburg und aus Ilmenau treffen, sich über ihre Erfahrungen über das Auslandssemester in Deutschland austauschen. Und das war immer ein sehr schöner, netter Rahmen. Da kamen auch die Betreuenden und so aus Kasan mit dazu geflogen. Das war jetzt bei Corona natürlich schwierig und das ist halt in diesem Jahr eben auch unmöglich. Ja, Corona scheinen wir ja irgendwie mehr oder minder in den Griff zu bekommen oder reden zumindest nicht mehr drüber. Aber ich weiß nicht, ob das einfach realistisch und perspektivisch, ganz subjektiv in den nächsten Jahren, also auch im Krieg. Also das ist einfach komplett, komplett krank einfach. Also es ist halt sehr bedrückend, zum Beispiel Posts auf Instagram zu sehen von den ukrainischen Studierenden, mit denen ich im letzten Sommer noch und im Sommer davor, das ist ja auch längere Kooperation, Vorlesungen per Zoom gemacht habe, mit denen ich hier virtuelle Laborführungen gemacht habe, in dem Labor, in dem wir gerade waren, mit denen ich Lehrveranstaltungen aus meinem Büro und so gemacht habe. Und jetzt halt die gleichen Leute bei Instagram zu sehen, wie sie halt Fotos von dem überfüllten Bahnhof in Kiel posten, wie sie irgendwie Fotos aus ihrem Wohnhaus posten, wo man sieht, irgendwie einen Kilometer weiter ist gerade irgendwie noch eine Rakete eingeschlagen. Es ist schon sehr krass, ja. Und also in der Hinsicht, ja, also mal schauen, wie das auch da weitergeht und ob zumindest vielleicht diese Studierenden dann die Chance bekommen, in einem halben Jahr, in einem Jahr dann zu uns zu kommen. Ja. Ja, also Kasan finito. Also alle Sachen, die jetzt noch laufen, irgendwie einigermaßen sinnvoll zu Ende bringen und dann erst mal... Ja, so böse, wie es klingt, aber mal schauen. Ja, mal schauen. Aktuell ist es einfach, ist der Fokus einfach auf den Krieg. Also ich finde auch, dass es immer wieder wichtig ist zu sagen, dass es einfach ein Überfallkrieg auf einen souveränen Staat ist. Also finde ich zum Beispiel durchaus, vielleicht auch noch mal diesen großen Rahmen von der AD und sowohl die Solidaritätsbekundung als auch dieses, soweit ich im Bilde bin, das ist durchaus eine vereinfachte Visa-Genehmigung. Zumindest scheint da was im Gang zu sein. Ob das jetzt schon anläuft, weiß ich nicht. Aber dass es auch klar benannt worden ist. Und dass man, also war zumindest meine, selbst Unis, die sonst relativ träge sind, um mal so nebulös zu bleiben, haben sich relativ früh nach dem 24. in Rundmails, das waren zum einen erst mal Worte, aber auch diverse Fakultäten klar Stellung bezogen. Und das ist, das hilft den Leuten jetzt vor Ort, die ausgehobenen Schützen graben, jetzt nicht. Aber vielleicht, deswegen noch mal, ist es vielleicht eher so die Zukunft, dass man sagt, dass man den ukrainischen Forschenden, Lehrenden, Studierenden eine Perspektive gibt. Ich weiß, dass, also auch einfach aus Berliner Sicht, der Hauptbahnhof sieht einfach komplett anders aus. Also zumindest die im Untergeschoss. Und man merkt, also man merkt das richtig, auch in der Stadt und rund um den Hauptbahnhof. Und auch da sind wirklich so einige NGOs, so aus meiner subjektiven Sicht, so der, die Schwerlast tragenden. Ja, der Senat gibt sich Mühe, aber ein kleines Zelt vom Hauptbahnhof reicht leider nicht, muss ich an der Stelle auch einfach mal sagen, ohne irgendwie große Ahnung, völlig O-Arbeit zu haben. Aber das ist schon krass. Und irgendwie, ich bin ja so, so diese Anfang 90er-Generation, als er nach Vorhang war irgendwie ein Geschichtsverunterricht. Ja, jetzt ist es auch gut. Ja, es ist eher damals böse, böse. Wir haben es verstanden. Aber das ist schon irgendwie das erste Mal, dass man merkt, so okay, jetzt ist es eben nicht Mali, jetzt ist es nicht Somalia, jetzt ist es nicht Afghanistan, über das man ja auch nicht mehr redet. Jetzt ist es halt wirklich irgendwie mitten in Europa. Und das ist, glaube ich, so in meiner Generation, so dieser absolut krasse, passiert es hier gerade wirklich oder ist das nicht eine weitere Folge von Die Hard? Also, ja. So, von einem sehr hart negativen Thema ins nächste, ja, oder um die Überleitung noch krasser zu machen, von echten Bomben zu virtuellen Bomben, ja, gucken wir mal, ob wir jetzt von Fisch gepflegt werden, aber ich glaube, dafür sind wir definitiv zu klein. Also, gestern kam in einem Artikel von, oh, das war ein linker Politiker aus Berlin, ich gucke mir das gerne nochmal an, Tobias Schulze, und vom Tagesspiegel geht eigentlich gar nicht mit Personen, ging um das Thema, nämlich Hashtag Zoomwombing. Ich finde den immer noch den Namen einfach blöd, sagen wir mal, ich habe es auch hier oben bei uns in der Überschrift, gekaperte Videokonferenzen, das ist vielleicht zu beschönigt. Das Phänomen lautet wie folgt, es kommen störende, Trolle und nicht eingeladene Personen in Videokonferenzen und wir gehen mal scherzhafte Vorgehen, mal klare Straftaten, also da reden wir in der extremsten Variante von den Teilen von pornografischen Inhalten, wir reden von, ja, Offenrechtsradikalen. Genau, Offenrechtsradikalen, genau, ich hätte jetzt Mitte rechts gesagt, aber nee, von rechtsradikalen, von solchen Inhalten, auch klar illegalen Inhalten. Und das ist natürlich ein Problem, das mal als Präambel, da werden Straftaten begangen. Dann haben wir in der, ja, was heißt sanftere, ich will es jetzt definitiv nicht abmildern oder schwächen, aber in der Trollvariante ist es das Abspielen von alten DDR-Hymnen, von irgendwelchen, vom Stören um des Störens Willen, so in der Nicht-Straftat-Variante. Denn nochmal, das, was wir gerade gesagt haben, sind, also aus meiner Leidensicht, ganz klar Straftatbestände. So, genauso wie ich in der Fußgängerzone auch nicht Hymnen der 33er bis 45er Zeit rufe. So, das Problem, was ich aber finde, ja, erst habe ich geantwortet, ohne den Tagesspiegelartikel zu lesen. Mache ich eigentlich nicht, sollte man auch eigentlich nicht, aber mein Impuls war so, ja, Zoom-Bombing, das haben wir doch Anfang 2020 geklärt. Das war doch dann, ihr kennt doch die Mechanismen. Da habe ich mich so ein bisschen aufgeregt, wie das halt so oft bei Twitter ist, geantwortet und dann erst den Artikel gelesen. Hast du schon mal als anekdotisches Beweismittel Zoom-Bombing erfahren in deinen 300 Sessions, die du irgendwie im Monat machst? Nicht wirklich. Also, ich weiß, dass das HFD, das Hochschule Forum Digitalisierung, das hatte ja früher so diese Kaffeepause. Ja. Und diese Kaffeepause lief halt so ab, es gab irgendwie einen Post bei Twitter, der ist heute Nachmittag, HFD, Kaffeepause, 15 Uhr, kommt doch alle. Ja, hier sind übrigens mal die Zoom-Zugangsdaten. So, und da war ich halt drei, vier Mal dabei und bei einem Mal, wo ich halt nicht dabei war oder wo ich halt ein bisschen später kam, da gab es halt einen solchen Fall. Und zumindest, was ich halt da, was mir zugetragen wurde, oder was ich danach gehört habe, ist, dass halt die Leute vom HFD sehr professionell reagiert haben, dass sie halt das Meeting gesperrt haben, die Person entfernt haben und blockiert haben. Ja. Und dann war halt nach ein paar Sekunden auch wieder Ruhe sozusagen. Aber war das so ein extremer Fall? Ich glaube, das war schon ein relativ extremer Fall. Okay. Ich war halt nicht dabei, aber was ich so gehört habe, war das schon einer dieser, der Schlimmeren. Ja, okay. So, und ich habe halt meine Meetings eigentlich alle sehr offen. Also, da können auch Studierende so rein, ohne dass ich in dem Meeting bin. Ich glaube, die können dann keine Bildschirminhalte teilen, aber zumindest auch mir Kamera und Ton anschalten. Also, weil ich so denke, das ist ja dann wie so ein Lehrveranstaltungsraum, der steht halt auch offen. Wie 15 Minuten, genau, ja, schon. Genau, also wenn ich, ich meine, der Hörsaal ist ja auch nicht zugeschlossen. Also, da können auch Studierende vorher rein und können sich da austauschen. Die könnten auch im Prinzip sogar was an die Tafel schreiben. Ja, halt hier die Tafelanmalscherze, die ja schon in, wie heißt der Film mit Heinz Ruhmann, die Feuerzeilen wurde. Ja, ja, ja. Ja, so. Und ich hatte da nie Probleme. Also, ich hatte mal einmal tatsächlich ein Problem, wo ich im letzten Jahr, nee, ja genau, im letzten Jahr einen Probelauf für diese Outdoor-Hybrid-Übung gemacht habe. Und da brauchte ich halt relativ zeitig, also, es war jetzt irgendwie alles aufgebaut, es funktionierte und jetzt brauchte ich mal irgendwie zwei, drei Leute in Zoom, die halt mal gucken, passt der Ton, sieht man da was, die mal irgendwie ein bisschen Rückmelden geben. Und da habe ich das eben auch so gemacht, Zoom-Zugangstaten bei Twitter gepostet und da kam dann, naja, ich weiß nicht, ob das halt ein Bot war oder ob das eine Person war. Muss eine Person gewesen sein. Auf jeden Fall kam jemand ins Meeting und hatte einen seltsam klingenden Namen, ich weiß aber auch nicht mehr so. Und da hat immer irgendwie was erzählt und ich habe sie halt immer gefragt, wer bist du nur oder wer sind sie oder. und hat halt, also ich hätte gesagt, das war chinesisch oder koreanisch oder japanisch. Also es war auf jeden Fall, also ich habe die Person nicht verstanden, ich glaube auch die Person hat mich nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, was die wollte, aber... Aber sie konnte nichts teilen oder... Nee, genau, also sie konnte halt nichts Sinnvolles machen. Ich weiß auch nicht, ob sie eine Kamera anhatte oder nicht. Ich glaube nicht mal das. Und ich meine, gut, dann habe ich ihr gesagt, ja gut, tschüss, zack, wo du raus. Also ich glaube, der Punkt ist, es gibt ja in Zoom praktisch, und diesen Not ausknüpft. Ja, und wenn man sich halt dem bewusst ist und sieht, okay, jetzt passiert irgendwas komisch, jetzt klicke ich da halt rasch drauf, dann sind ja erstmal alle aus. Du meinst alle Aktivitäten aussetzen? Genau, alle Aktivitäten aussetzen. Der ist, genau, ja. Ja, zum einen das, also der ist halt bei Sicherheit und dann, also das sind sozusagen zwei Klicks. Der ist, ich glaube, nicht mit Absicht nur mit einem Klick erreichbar, weil sonst würde dazu oft aus Versehen draufgeklickt werden. Ja. Aber an sich ist es eine individuelle Entscheidung der Lehrperson, der Tutoren, wer auch immer da Kost oder Co-Host ist. Was ich schwierig finde, ist nach anderen technischen Mitteln oder Verfahren zu fragen, die sowas automatisiert erkennen, damit keine Hackerinnen, wo ich mir denke, Leute, das sind keine Hacker, da wurden Meeting-Daten geteilt. Ja. Und selbst, das war ja auch die Antwort gestern. Also ich habe mich muss zugeben, ich habe auch diesen Tagesschule-Artikel jetzt auch nicht belegt. Ja, war jetzt auch nicht, war auch, glaube ich, eher so eine kleine Anfrage und eher so eine Non-Story, muss ich jetzt auch tatsächlich eher sagen, weil irgendwie auch die Relationen, also das Problem ist ja auch, wenn was passiert, auch gerade in den Extremfällen, dann ist es eben extrem schädlich und sozusagen von der Qualität, die das Ganze hat, extrem hoch schädlich einzustufen, rein statistisch passiert in den großen quantitativen Betrachtungen eben nichts. Also wir haben ja eher zu wenig Aktivität in Zoom-Sessions als zu viel. Natürlich ist das Teilen, so, jetzt ist aber das Freigeben durch die Sicherheit, also bleiben wir mal bei Zoom, ja durchaus gar nicht gegeben. Also ich war noch nie, oder andersrum auch da in der Anekdote, Ringvorlesungen technisch im Hintergrund betreut, wirklich irgendwie zehn Termine oder sogar elf mit irgendwas zwischen 80 und 120 Leuten, also so mittel bis groß und auch so mit externen Gästen, wirklich mit Techno-Vorprobe und da hatten wir auch eine Anmelde, also es gibt ja bei Zoom, dass du sagst, ich möchte eine Reihe anlegen, plus bitte melde dich vorher an. Genau, so mit Registrierung. Genau, weil hättest du wirklich die, auch da hättest du die absolute letzte Troll-Gmail-Adresse benutzen können, wäre mir egal gewesen. Ich hatte aber eben diese Name, Vorname und wenn da Lorem Ipsum drin stand, war uns das auch egal, aber es war zumindest klar, unter irgendeiner E-Mail-Adresse ist die Person erreichbar, was ja, und wenn wir, auch da nochmal als Laie, aber wenn wir dann irgendwie über, jemand teilt rechtsextreme Inhalte, dann weiß ich, okay, das ist die E-Mail-Adresse, ist schon mal was, was ich dem Staatsanwalt oder dem Staatsanwalt hingeben könnte. So, also das ist die erste Sache. Dann ist zum Beispiel jeder grundsätzlich erstmal gemutet. Dann kann da keiner schon mal irgendwelche alten Diktatoren-Namen nutzen. Dann kann ich alles aussetzen, das ist das Nächste. Und für Uni-Lernhalte oder auch für Noten, für irgendwas Kritisches, wo ich sagen müsste, da möchte ich direkt mit Leuten arbeiten und es ist eben nicht öffentlich oder zumindest nur hochschulöffentlich, da habe ich Uni-Accounts. Und dann finde ich, ist die, dann brauche ich irgendwie keine Scanner und ich finde es zum Beispiel auch ganz süß, dass Zoom da irgendwie noch und die Twitter-Nachrichten durchforstet, ob so jemanden Zugangsdaten per DM. Aber das bringt doch auch nichts, weil sobald einer sie teilt, ich weiß nicht, hast du eine Idee, wo Studierende das teilen würden? Auf den Kanälen, auf denen Studierende sich austauschen. Also bei WhatsApp oder so, aber ich meine wahrscheinlich eben nicht in den öffentlichen Gruppen, sondern... Ja, wo ich es einmal gesehen habe, dass zumindest sowas geteilt wird, ist in diesem... Es gibt ja auf YouTube relativ viele Lo-Fi- oder Hip-Hop-Streams, die sozusagen 24 Stunden in so einer halben Dauerschleife laufen und da ist der Chat auch offen. Da kannst du dann auch umtrollen, aber auch da musst du dich anmelden. Und da habe ich das tatsächlich schon mal gesehen, dass gesagt wird, I have a class at 10, let's go, boys. Wo ich halt auch sage, das ist dann auch... Das soll halt stören, um das Stören zu billen. Und dann irgendwie nach so einer technischen... Auch nach Filtern oder im schlimmsten Fall noch nach künstlicher Intelligenz oder so zu rufen. Also ich glaube, die Anzahl der False Positives, die man da hat, die ist halt einfach exorbitant an der Stelle, glaube ich. Und also, was mich halt ansonsten eben extrem nervt, ist, man sitzt, ja genau, man hat irgendwie einen Workshop, es gibt irgendein Meeting, das per Zoom stattfindet, man sitzt 10 Minuten davor vorm Rechner, ja, man weiß, okay, das sind halt andere Leute, man könnte mit denen jetzt irgendwie so schön noch vorher nicht quatschen, irgendwas erzählen, irgendwie sich über irgendwas austauschen und dann steht halt da, bitte warten Sie, bis der Host das Meeting startet. Genau, der Warteraum, ja. Da könnte ich ausrasten. Und dann steht halt so, ja, bitte warten Sie, bis der Host... Ja, sozusagen der Host wurde informiert. Wir vertrauen Ihnen nicht. Lassen Sie jetzt warten, bitte warten Sie, bis Sie reingelassen werden. Und ich meine, klar, manchmal sehe ich ein, dass man halt als Workshop-Host irgendwie dann nochmal, man will auch einen Technik-Check machen, oder man will sich nochmal irgendwie intern austauschen. Aber dann kann ich doch trotzdem irgendwie das Meeting aufmachen und gehe halt mit den Leuten, mit denen ich nochmal intern austauschen will, halt in eine Breakout-Session, ja. Oder ich lasse die Leute rein und sage, passt auf, wir klären hier noch kurz interne Sachen. Geht mal ihr in eine Breakout-Session, die heißt Kaffeepause und Kaffeepause und dann könnt ihr euch halt austauschen und schon irgendwie die Zeit... Weil ich finde das furchtbar, man sitzt halt davor, man sagt eigentlich, ne, genau dieses, diese, das, was ja allen in der Zoom-Welt fehlt, diese zufälligen Begegnungen, ja. Man trifft halt vorher irgendwie, indem man lange schon nicht mehr getroffen hat. Dieses Informelle. Dieses Informelle, das geht halt dadurch so verloren, indem man halt einen Warteraum einrichtet oder indem man das Meeting eben dann erst in der Sekunde startet und erst tatsächlich losgehen soll. Und deswegen, meine Lehrveranstaltungs-Meetings, die sind alle offen und ich kriege ja dann auch immer eine E-Mail, dass da halt Studierende schon eine halbe Stunde vorher teilweise reinkommen, also weil sie genau dieses, ah, ich habe jetzt schon Zeit, ich gucke mal, was da passiert. Ich habe ja meistens auch nur Radio-Kennen laufen, die dann, dann sieht man, ich baue noch meine Experimente auf und mache dieses so ähnliches. Leute schreiben schon mal irgendwas in den Chat, stellen irgendwie eine Frage. Und genauso, wenn ich dann halt, ich lasse das Meeting noch laufen danach, ich sage halt nicht, okay, jetzt Lehrveranstaltung vorbei, tschüss, aus. Sondern ich lasse das noch laufen, gucke, ob noch irgendwie Fragen kommen und klar, manchmal muss man halt abbauen, weil man irgendwie weiterreist, dann gebe ich oft, dann lasse ich das Meeting weiterlaufen und gebe irgendeinem Studenten oder einer Studentin, die ich irgendwie namentlich kenne, die Hochsträchtung des Meetings. Aber was man bei der Ausführung merkt, ist, dass du das kultiviert hast. Beim ersten Mal wird, oder auch beim zweiten Mal, würde ich doch mehr als einen Kaffee wetten, dass da keiner mal schon mal vorher eine Frage gestellt hat, das muss man kultivieren, das muss man über Zeit aufbauen und dann wird das so eine Art, das können wir ja machen, da wird so ein Ritual draus. Ja, aber dann muss man den ganzen Zeit und Raum für geben und das Zweite, was mir bei der Ausführung auffällt, das hat halt alles was mit Medienkompetenz zu tun, weil du weißt, okay, da kann ich einen Kurs geben. Es sind sozusagen nicht primär technische Mittel, mit denen du das löst, sondern soziale fast schon. Es sind soziale und organisatorische Mittel. Genau. Und deswegen wird kein, also da kann Zoom Features einbauen, Loch und Löcher, das wird nicht funktionieren, das muss man kultivieren, sozialisieren im weitesten Sinne. Ja, insofern fand ich es, ich fand es auch interessant, dass jetzt nach zwei Jahren, also ich sehe, ich meine auch auf Zoom, wenn man sich mal so ein bisschen den Aktienkurs anguckt, kann man ja ungefähr den Höhepunkt der Sitzungen ableiten, so ungefähr, ein bisschen versetzt. Ich sehe also, ein bisschen was findet da noch statt, ja, aber ich weiß jetzt nicht, im Sommersemester würde ich behaupten, halbieren, also Spekulationen, Ja, schauen wir mal, da können wir ja gleich auch noch drüber sprechen. Aber ich glaube, ich würde es jetzt eben gar nicht so an Zoom fest machen, also letztendlich ist es, glaube ich, ein Problem von allen Videokonferenzsystemen. Soweit ich halt irgendwie Ton und Kamera und auch einen Bildschirminhalt teilen kann, kann ich natürlich da nur irgendwie einen Schindel übertreiben und letztendlich ist es auch kein originäres Problem von Videokonferenzsystemen, sondern wenn ich jetzt mit Leuten eine Wortwolken-Umfrage mache mit Menti-Mieter, dann können da halt auch Leute, ja, oder Car-Hood-Usernamen, also ganz ehrlich, das haben ja schon Grundschüler raus, also ganz ehrlich, ja, genau, also in Car-Hood gab es auch immer den Pong-Läden. Ja, genau, also das ist halt Standard, ja. Und ich weiß, dass man es bei Menti-Mieter kann man es halt moderieren, ich hatte halt mal auch tatsächlich bei, also das war auch wirklich absurd, bei Car-Hood im letzten Jahr, also im letzten Jahr habe ich ja diese Kasan-Vorlesung per Zoom gemacht und hatte halt ganz viele Quizze in Car-Hood reingebaut und da ging es irgendwie um eine Schlitzantenne und das habe ich dann irgendwie auf Englisch übersetzt. Im Twitch-Chat dann? Nee, 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 im Car-Hood. Ja, ah, okay. So, und dann hat Car-Hood mir das Quiz gefleckt und gesperrt. Ja. Und ich wusste gar nicht, warum und habe das auch nur über Umwege sozusagen rausbekommen oder über endlose Anfragen an den Support, dass die englische Übersetzung, die ich halt da für Schlitzantenne, und das war auch aber irgendwie schon eine Wikipedia-Übersetzung, dass die mit sozusagen einem vulgären Wort für das weibliche Geschlechtsorgan konnotiert war. Im Twitter-Rissen oder was? Nee, 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 nee. Also so, aber Achso, also vulgär, okay. Genau. Das ist ja total aff. Und das war halt auch irgendwie komisch und, naja, also aber wir hatten halt früher ja diese grafischen Audience-Response-Quest oder halt das, was ich ja immer noch ein super cooles Feature in Zoom finde, dieses gemeinsame Zeichen im Whiteboard. Ja, ja, ja. Oder eben mit diesem Wall-Tool. Und ja, da war halt auch, ist halt auch Standard, dass da auch immer mal jemand die berühmte Rakete war. Ja. Also das ist vielleicht auch eben ein Problem von Ingenieursstudiengängen, die halt sehr... Nee, ich glaube, das ist einfach post-pubertär, ganz ehrlich. Es hat glaube ich schon ja nicht zu tun. Aber ich glaube, da ist dann so die Sache... Aber so eine Story habe ich auch. Also nicht mit der Rakete, aber ganz am Anfang, als ich über Twitch auch wie meine Übung ging es um Geschäftsprozessmanagement und BPMN, Model Notation und so. Und dann wirklich in einer der ersten Session, der zwei oder drei, hat dann... Das war aber ja auch gesagt, hier macht euch irgendwie, Schadomime oder wie ihr wollt, aber es ist durchaus öffentlich, wussten die studieren dann auch so als Testballon. und dann war die Frage, ob die Dicke der Rahmen oder der Pfeile eine Aussage hat. Und dann wurde das auch live von Twitch geflaggt, weil Dicke mal in englisch das Wort ist und Penis heißt. So, also wo ich dann auch dachte und das habe ich tatsächlich auch noch auf Video, wo ich dann auch dachte so, oh, jetzt haben wir den ersten Troll im Chat. Nein, hatten wir nicht. Es ist einfach ein false positive, weil das System denkt, es könnte einen Kontext interpretieren, aber überhaupt nicht gerafft hat, dass das eine andere Sprache war und die Dicke eben nun keine Relevanz für BPMN hat. Ja, ich kann mich an sowas erinnern, dass der Gabriel von der Hochschule mit Weiler, der ja auch immer seine Informatik-Folies besucht hat, das ja halt so ein ähnliches Problem hatte. Da ging es, glaube ich, irgendwie um Datenbanken und auch den Namen einer Spalte in der Datenbank oder sowas. Also es war auch, das war halt am Ende auch total absurd, warum switcht das? Also klar, was ich damit sagen will, ist, letztendlich ist es kein originäres Zoom-Problem, es ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem, dass Leute eben stören des Störens willen, dass Leute auch auf anderen Wegen stören, auch früher im Hörsenal, auch in der Schule. Ich meine, auch im Klassenraum gibt es Leute, die halt stören. Nach dem Krawall machen. Ja, so. In Form von Aufmerksamkeit. Und die Frage ist halt eigentlich eher, wie man damit umgeht, ja, also spricht man das an, spricht man es nicht an, wie spricht man es an, wann spricht man es an, ich glaube, in welcher Form spricht man es an und ab welcher Schwere spricht man es an und ist es nicht manchmal halt, also zumindest bei so eher weniger schlimmen Sachen, es einfach zu ignorieren, den Leuten halt damit keine Bühne zu geben, keine Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil ich glaube, das, wonach die Leute dann schreien an der Stelle ist eben Aufmerksamkeit und sie eigentlich in diese berühmte, also wenn es halt klassische Trolle sind, sie halt in diese berühmte Trollgrube zu werfen und zu sagen, Gruß an Twitter an der Stelle, ja, also für euch sieht das immer noch so aus, wie wenn ihr das, wenn man das sieht, was ihr da halt gemacht habt, wenn man das hört, aber eigentlich sieht es an der Stelle ich glaube, was gerade bei den mittleren bis schweren Beständen würde ich nicht sofort auf den Panik, oh mein Gott, alle aus, am besten noch nur das Meeting beenden, aber nicht für alle beenden, und damit keiner mehr Hostrechte hat, also wirklich diese Panikreaktion, vielleicht muss man das auch üben, vielleicht gehört das auch zu einem Medien-Zoom-Kompetenz-Training dazu, also ich habe ja viele Zoom-Workshops gemacht und ich habe das immer angesprochen. Ja, sehr gut und dass man, also ich, so intuitiv würde ich glaube ich den Lehrbetrieb oder die Folie oder die Übung in dem Moment pausieren und das ansprechen und tendenziell eher in den Modus Beweissicherung gehen und gucken, ob ich irgendwie noch einen Screenshot von einer Teilnehmerliste bekomme, um irgendwie klarzumachen, dass es auch im Online- oder im Lehrbetrieb allgemein Regeln gibt und ich ja auch keine Anspielung, also ich habe ja auch in Twitch, in der Infobox steht ja auch, dass man sich an gewisse, also nicht nur die Chattikette, also die Höflichkeit, sondern auch Bigotry, Sexism, also das ist durchaus, es gibt einfach klare Regeln und die gelten auch für die Hochschulöffentlichkeit und ich würde ja auch keine Andeutungen, also es gibt ja sozusagen Phasen oder Abschwächungen davon, auch keine Andeutungen in der Übung ohne Videolehrbetrieb zulassen, wo Leute dann vermeintlich keckig, leicht sexistische Witze, also insofern gehört es auch irgendwie dazu, sowas zu moderieren und da würde ich ja genauso gut sagen, nee, das hat hier keinen Platz. Genau, wobei halt, ich meine, im Hörsaal, es kommt noch an, wie groß der Hörsaal ist, es kommt noch an, wie weit die Leute weg sitzen, es kommt noch an, wie weit die nächste Tür ist, also die Händenschwelle ist natürlich in einem Online-Format aufgrund der einfach räumlichen Distanz und der gewissen Anonymität, die man halt durch Pseudonyme und so benutzt. Aber sehr falsche Anonymität, also da wäre ich echt das Studieren nicht vorsichtig. Ja genau, und ich meine, bei Zoom ist so die Sache, ich weiß nicht, ob das allen Studierenden, die halt Zoom benutzen, auch bewusst ist, ich meine, man kann ja auch nach, also nachdem ein Meeting gelaufen ist und beendet wurde, sich halt auch eine Teilnehmerliste im Nachgang halt von Zoom herunterladen und soweit ich weiß, also stehen da halt auch sowas wie IP-Adressen drin. Die Frage ist natürlich dann immer, wie kann man eine IP-Adresse sagen? VPN, fertig. VPN, ja. Aber, ja gut, es ist zumindest schon mal irgendwie, man ist nicht hilflos. Ja genau, es ist vermutlich mehr wert als ein Screenshot von einer Teilnehmerliste. Wahrscheinlich, ja. Ja, definitiv. Gerade, also gerade wenn, ich meine, es ist ja auch durchaus Aufgabe von der Universität, gerade von der Öffentlichkeit, sage ich ganz ehrlich, in einen öffentlichen Wisskom, Sci-Com, wie auch immer, Bürgerdialog auch zu treten und deswegen braucht es die Ringvorlesung, irgendwelche Plenarien und auch Sitzungen sollten teilweise öffentlich sein und ich finde es schade und das ist vielleicht auch so ein Trend, der uns zum dritten Thema bringt, wie es jetzt auch weitergehen könnte, dass man sich doch noch weiter in Passwort geschützte Pseudo-Sicherheit-Zoom-Räume verwirft mit der Begründung, ja, aber wir wollen ja nicht gestört werden. Ja, aber früher konnte ich mich auch einfach in jede Vorlesung setzen, zumindest in die großen. Da hat es keinen interessiert, ob ich in der vorletzten Reihe saß oder ob ich meinen Herrgott-Studienbeitrag bezahlt habe und das würde ich behaupten, wenn man jetzt nicht gerade so lernt wie dich, dass das zurückgegangen ist, weil ich eben nicht an diese Zoom-Zugangsdaten komme, weil ich nicht in MS Teams eingeloggt bin und was weiß ich, was es noch für Möglichkeiten gibt, wobei wir eigentlich immer noch von öffentlichem Geld ansprechen. Ja, und nochmal Thema Zoom, ich habe meine Meetings auch alle so eingestellt, dass man sich als Student eben nicht mit seinem ständischen Account einloggen muss, sondern eigentlich sozusagen mit, es reicht die Meeting-ID und das Passwort, weil ich das selber weiß, dass ich auf meinem Handy das auch total fummelig finde, um eine Bildschirmtastatur jetzt hier so ein langes Unipasswort halt einzutippen, jedes Mal, wenn man sich in irgendein Ding eingeht, einfach um die, naja, um die Handschwelle, auch um den, sozusagen, Digital Divide, der da ja auch irgendwie nochmal so am Horizont zu sehen ist, so ein bisschen, auf jeden Fall, nicht jeder sitzt vor, muss man, wichtiger Punkt, und nicht jeder sitzt vor einem Gaming-Laptop mit, was weiß ich, für einer Auflösung, einige, oder gucken ihre Vorlesung auf dem Handy, das ist definitiv, das hat im Zweifelsfall auch die Spenden-App auf dem Display installiert. Ja, ja, um das Thema abzurunden, wir hatten das Problem, und das war, glaube ich, ein viel größeres Problem, und da habe ich auch noch jetzt noch nie davon gehört, dass das jetzt mal so in der Zoom-Welt so ein Problem war, die hatten mal vor x Jahren in Magdeburg eine Podiumsdiskussion, irgendwie auch so eine Ringvorlesung, so eine öffentliche Vorlesung an der Uni, in einem großen Hörsaal, und die wurde nachher im Prinzip von AfD-Leuten gekabert, also weil sich halt ganz, ganz viele Leute im Publikum dann irgendwie gemeldet haben, und Fragen gestellt haben, und es war aber total abgesprochen, um dann diese Diskussion in eine gewisse Richtung zu lenken. So ein Diskussions-Flashmob quasi. Genau, und, naja, und das, also, ich war auch nicht dabei, mir war das auch immer so zugetragen, aber so ganz glücklich haben, sozusagen die Uni als Veranstalter und die Leute, die diese Diskussion nach vorne moderiert haben, und auch nicht auf diese Situation reagiert, weil man halt nicht darauf vorbereitet hat. Auch undankbar, Also ich glaube, ich glaube, der Punkt ist halt, das ist auf jeden Fall schon ein Thema, man muss das kennen, man muss das wissen, dass es das gibt, man muss dafür sensibilisiert sein, man braucht das jetzt aber auch nicht überdramatisieren, und wenn man halt ungefähr weiß, wie man damit umgehen kann, kann man halt damit umgehen. Aber wenn ich halt in der Situation überhaupt gar nicht weiß, dass ich einfach nur auf Sicherheit und erst mal alle Aktionen aussetzen klicken muss, und, ne, jede Sekunde länger, die man den Leuten dann da eben eine zweifelsfeierig große Bühne bietet, ist natürlich dann ungünstig. Definitiv, aber auch da scheint es ja in der echten, also gerade bei so geplanten, gepackten, kaperten Aktionen, da weißt du ja wenigstens, um wen es geht, da ist ja auch relativ klar das Motiv dahinter, klar, ich kenne das nur andersrum, dass wenn irgendjemand von AfD oder, geht es noch weiter rechts, keine Ahnung, ähm, doch, ja, dass wenn in dem Spektrum Leute in die Uni kommen oder auch nur annähern oder eine Vergangenheit hatten, dass dann eher der Asta kommt und sagt, ähm, das ist our session now und, ähm, genau das war, ah, genau, das war damals, ähm, ja, das war Gründungsmitglied und er war noch Professor in Hamburg, auch so, ich müsste den Namen raussuchen, aber definitiv auch, äh, er ist auch mittlerweile nicht mehr dabei, hat sich früh gegen den Euro ausgesprochen und da ist, ich glaube, das war Hamburg und da war relativ schnell klar, dass, ich glaube, es war auch so eine Donnerstagsvorlesung und da war klar, jedes Mal stand am gleichen Tag die Bundespolizei und wir mussten wirklich mit in die Vorlesung und dann war da, ja, was ich aus Potsdam noch kannte oder war ein bisschen Jesus in Potsdam, als Olaf Scholz noch in Form vor Bundeskanzler wurde, da wurde auch mal so eine Session, das war auch, aber das war keine Vorlesung, das war keine Übung, da ging es um, ja, ging es ja um Inhalte, ich weiß es nicht, aber da ging es noch am ehesten um die Person, also Demonstrationen gegen die Person, da ging es nicht darum, ja, also, aber das war eben nicht dieses pubertäre Stören, Störensbild, sondern es war schon sozusagen mit einem politisch motivierten Hintergrund. Genau, es war eine andere Art Stören, aber Stören, um die Bühne eben nicht zu geben oder anderen Leuten die Bühne nicht zu geben, genau, aber ich würde auch sagen, es ist kein primäres Problem, definitiv. Hat sich nur überlagert, ja. Wie geht es denn weiter, so mit Sommersemester? Also, gute Frage, also, ich glaube, der große Plan ist, alles in Präsenz zu machen, der große, also, Breaking News, der große Plan, also, das ist zumindest so das, was ich jetzt irgendwie aus, äh, aus allen Richtungen höre, oder was wir eben nicht höre, oder eben nicht höre, oder was ich, was ich vielleicht in manche Geschichten halt so rein interpretiere, ähm, ich muss auch sagen, wir werden eine Übung übernehmen, also ein Übungstag, und da ist, ich, ich, ich weigere mich, so halb hybrid zu machen, wenn es nicht anders geht, und, aber, sowas wie aufbauen, wie jetzt hier, das mache ich nicht jeden Mittwoch, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, genau, also, ich glaube, der, ähm, auch, auch bei, auch bei den Hybrid-affilen Leuten, stellt sich eine gewisse Hybrid-Müdigkeit ein, einfach, weil es, äh, wenn man es weiter so macht, wie man es gemacht hat, technisch sehr aufwendig ist und bleibt, weil halt die Räume nicht, äh, dafür ausgestattet sind, und weil halt auch die, sagen wir mal, administrativen und organisatorischen Voraussetzungen dafür nicht geschaffen sind, also, das geht ja auch, das, was ich bisher gemacht habe, ich meine, wir können ja, äh, äh, nochmal irgendwie kurz, also, das ist das Rad, mit dem ich halt immer in die Vorlesung gefahren bin, ähm, äh, das ist auch so, was du sagst, du meinst, der Matthias macht einfach so mittendrin, in die Vorlesung gefahren ist, hier ist, hier ist so, die Menschen laufen in die Vorlesung, hier ist so eine Kiste, ja, die passt hier wunderbar rein, und da habe ich dann alles so reingepackt, was ich so brauche, Laptop und Kamera, Gedöns und alle möglichen Sachen, und dann bin ich halt mit dem Rad, äh, so wie es ist, in den, in den Hörsaal eben ja nicht reingefahren, hab das halt auf der Bühne geparkt, hab dann das ganze Graffel, was ich halt brauche, da hinten ausgepackt, das ist alles schön aufgebaut, Experiment, Dokumentenkamera, bist du eigentlich wahnsinnig, und, ja, und, und, natürlich kann man das jetzt irgendwie keinem anderen, äh, sinnvoll zumuten, sowas zu machen, und, äh, einen solchen Aufwand zu treiben, und ich glaube, tatsächlich, dass ich halt so hybride, Formate, also so, das kann man ja diskutieren, was die für Vor- und Nachteile haben, aber, dass die sich, glaube ich, erst dann wirklich durchsetzen, wenn das, sozusagen auf Knopfdruck funktioniert, ah ja, diese One-Stop-Button-Lösung, ja, der findet die, tatsächlich heute Morgen, ähm, Professor Caro Blume war es, glaube ich, und, also, folge auf jeden Fall, und sie meinte, und er hat ja doch, den Tobias Ottet, verlinkt, wenn Hybrid, dann gerne so, und es war ein Bild, auch von irgendeiner, von dieses Rotunda-Bild, ja, im Seminarraum, mit ganz vielen Bildschirmen, wo man aber immer die gleichen sieben Personen, also, es war so ein halbes Demo-Bild, diese Rotunda, ja, hatten wir auch genau einen Raum, in meiner Bachelor-Uni, an der Flipper-School, und es war der, wir müssen jetzt mal der Presse zeigen, wie top wir sind, der ist genau dafür gemacht, da sind dann irgendwie 17 Bildschirme drin, und davon hat halt eine Uni genau, ein oder zwei, ja, ich, also, ich, ich glaube nicht, dass es das braucht, also, ich, ich glaube, ähm, dass Studierende, ähm, einen Wert darin sehen, Sachen einfach online zu verfolgen, weil man sich für gewisse Sachen halt den Weg zur Uni spart, weil wir auch, ähm, in Zukunft, also, wir müssen uns nur jetzt die Zahlen angucken, also, wir, wir waren schon, das sind doch die guten Sommerzahlen, Matthias, wir waren jetzt schon, wir waren jetzt schon mehrere Semester lang, also, ich weiß, das erste Wintersemester, das sollten schon das Übrigsemester überhaupt werden, und dann war so die Sache, nee, dann war das nächste, ich glaube, das letzte Sommersemester, als nächstes retten wir erst mal Ostern, okay, ja, dann hätte man, hätte man viel, äh, äh, viel Hybrid machen können, das ist gut, ja, ähm, da war dann aber noch so der, der Schock des Winters, und so, und, ähm, ich meine jetzt, das letzte Wintersemester war wirklich viel Hybrid, muss man halt sagen, aber alle haben so ein bisschen Erfahrung gesagt, aber sind die Studierende wirklich gekommen, jetzt mal Reality-Check, na ja, doch, also es sind, ich meine, ich hatte ja immer so 20, 25 Leute im Hörsaal, und ich sag mal, 20, 25 Leute halt personen, und es waren auf jeden Fall schon genügend Leute im Hörsaal, um zu sagen, es lohnt sich, das im Hörsaal zu machen, es waren auch genügend Leute, das könnte aber auch an deinem Aufriss gelegen haben, den du betreibst, um eine gewisse Qualität zu, könnte definitiv daran gelegen haben, also ich meine, es haben auch viele Leute geschrieben, äh, wenn man sich das online anguckt, kann man sich das nur sozusagen bei Magdowski angucken, weil alle anderen so nach dem Motto, das höchste, das höchste Vor-, höchste Lobesformen, ja, so, aber wie ich sage, es ist halt ein Aufwandverbund, aber ich habe halt damit auch einen Haufen Leute per Zoom erreicht, die halt nicht in die Vorlesung kommen werden, und ich habe natürlich, da ich viele Sachen nochmal parallel bei Twitch gestimmt habe, vielleicht auch einen Haufen Leute erreicht im Internet, mit ein bisschen Skin in the Game, die halt überhaupt gar nicht aus Magdeburg kamen, weil ich meine, wenn ich, wenn das denn so die Konserve bei Twitch war, haben sich das über die zwei Wochen, die das da online ist, halt nochmal ungefähr 80 bis 100 Leute anguckt. Das ist halt schon viel, vor allem auch für ein relativ spezielles Thema. Genau, für Grundlagen Elektrotechnik ist das halt eigentlich schon eine ganze Menge. ähm, ja, muss man einfach mal sagen, also bei allem über Lehrpreise und Innovationen, reichen Projekte ein, ja, oder man macht halt einfach mal, also muss man an der Stelle auch einfach mal wieder, genau, so, ich glaube, dass es dafür eben nicht diesen rotunde Raum braucht, weil die Leute, die das per Zoom angucken, die machen sowieso nicht die Kamera an. Und ich meine, das macht auch in einer, also, die, ich sage ja immer, ich nenne das immer Plenum, was ich mache, mit Absicht nicht Vorlesung, weil das ist ja keine Vorlesung, das ist halt schon, schon in gewisser Hinsicht sehr interaktiv, soweit man das halt Interaktivität den Studien zumuten kann. In der Evaluierung, habe ich ja letztens auch wieder bei, unter so einem HFD-Blogpost kommentiert, wo so stand, ja, ihr müsst die Studien aktivieren und macht Quiz hier und macht Dings da und macht dieser Pedog. Ja. Die Frage ist, wollen das die Studien überhaupt und wollen sie das halt die ganze Zeit? Also, die finden das mal nett, total, aber manchmal wollen sie sich auch mal tatsächlich berieseln lassen, sagen wir es wie es ist. Und wenn man die guten 10 Minuten zurücklehnt und man sagt, naja, okay, da steht jemand vorne, der macht einen ganz netten Eindruck, der klingt einigermaßen kompetent, ich höre mir das mal an, was der so erzählt. Ja. Und das ist ja, also das ist ja manchmal auch okay, ne, also das kann halt nicht alles sein. Sind wir ganz ehrlich, so ging es uns jedem schon mal auf einer Konferenz, wenn man einfach mal gesagt hat, okay, ich gucke mir das mal an, ich bin irgendwie nach dem Textpause dran, wird schon passen. Genau. Und wenn man halt in, wenn jetzt in jeder Vorlesung eben nur Interaktivität von früh bis spät wäre, ich weiß nicht, schaffst du ja gar nicht vom Mentor. Genau. So. Und diese Interaktivität, die kriege ich halt auch hin, zumindest in diesen großen Vorlesungen, da brauche ich keine Kamerabilder der Studie. Also diesen zweiten Screen oder diese X-Bildschirme, wo da irgendwelche Kamerakacheln sind, auf die kann ich verzichten. Also was halt für mich wichtiger ist, ist, man hört mich gut, man hört vielleicht mal Fragen, die es im Hörsaal gibt, gut, man sieht mich in guter Qualität und man sieht das, was ich noch zeigen will. Also vielleicht vorhin, vielleicht was ich handschriftlich aufschreibe, vielleicht ein Experiment in guter Qualität und vielleicht sogar sozusagen auch gleichzeitig. Also es gibt nicht nur eine Kamera und dann kann ich sagen, ich mache hier Kamera 1 oder ich mache Kamera 2 oder ich mache Kamera 1 und dann habe ich noch eine Kamera, wo ich irgendwie ein Experiment zeige und ich möchte entscheiden, nehme ich diese oder ihr. Eigentlich wäre es cool, ich könnte diese ganzen Kamerabilder die ganze Zeit rausblasen und die Studis könnten sich selber eine Bildregie machen und sagen, ich will eine Hörsaal-Totale sehen, ich will die Tafel sehen, ich will das Pult sehen, ich will was auch. Da gibt es mal wieder von den Kollegen aus Karlsruhe, der Teilbereich, wo David Lohner vorher war, die haben so eine Lösung entwickelt, aber auch, wenn man sich quasi den Making-of-Off-Shot nochmal anguckt, auch mit einem richtig krassen technischen Aufbau, weil auch, also das ist dann sozusagen, Kamera, die sind sogar noch auf Schienen, das baust du nicht auf und ab. Das wäre halt so mein Ding, also ich komme in einen Hörsaal oder ich komme in einen größeren Werfeanstaltungsraum, ich spreche jetzt mal eben nicht mit Absicht von Seminarräumen, sondern ich habe so ein bisschen diese Hörsaal-Paspektive. Und dann kommt man da hin und da ist ein Rechner da und an diesem Rechner ist das schon alles angeschlossen und der läuft sozusagen schon und da läuft im Idealfall im Prinzip auch ein festes Zoom-Meeting, was diesem Hörsaal zugeordnet ist. Da habe ich einen ganz tollen HFD-Blog vom H. Steinbeck für dich. Nee, klar, es muss die Infrastruktur muss da sein, du willst dich einloggen. Und im Prinzip Studierende wissen, okay, wenn ich um diese Uhrzeit eine Veranstaltung in diesem Hörsaal in Präsenz hätte, dann kann ich sozusagen immer in dieses Zoom-Meeting reingehen und dann habe ich das da halt, was da passiert. Also ich bin als Lehrperson auch nicht dafür verantwortlich, irgendwie ein Zoom-Meeting anzulegen. Das heißt, der Raum hätte mit einer Uhrzeit und einem Tag, so wie er auch eine Seminarnummer hat oder eine Veranstaltungsnummer, eine Zoom-Nummer. Genau. Das ist so einfacher, dass es wie alles. Und dieses Zoom-Meeting ist auch im Lehrveranstaltungskalender angekündigt. Also ich habe, bei uns heißt das LSF, Lehre, Studium und Forschung. Bei uns heißt das anders. Bei euch heißt das anders, ja. Aber wir haben so einen Stundenplan und in dem Stundenplan steht da drin, okay, die Lehrveranstaltung mit der Lehrperson ist halt in dem physikalischen Raum. Und da könnt ihr einfach noch eine Spalte sein und sagen, pass auf, oder ein Link, pass auf, die ist halt auch in dem Zoom. Ob da noch Platz drauf ist, weiß ich nicht. Auf so einer digitalen Seite. Vielleicht muss man noch eine neue Festplatte haben. Das ist doch zum Mäuse melken. Und dann komme ich da als Lehrperson hin. Ich weiß, da sind Kameras im Idealfall mehrere, da sind irgendwelche Mikrofone im Idealfall mehrere. Da kann ich mir so eins umhängen. Ich habe eins, das kann ich halt in Skulptur umgeben. Und das läuft alles über Technik, wie du hast. Und dann ist ja das Einzige, was ich halt noch machen will als Lehrperson, ist im Normalfall Folien zeigen von meinem Laptop. Ja, so. Und dann klappe ich halt meinen Laptop auf. Der ist per WLAN verbunden. Dann hänge ich mich einfach nochmal mit in das Zoom-Meeting rein, was sowieso schon läuft und sage halt Bildschirmfreigabe. Und da muss ich überhaupt nichts anschließen an dein Laptop. Das kriege ich auch mit einem iPad hin oder mit was auch immer. Da muss ich nicht gucken, ah ja, brauche ich wieder einen HDMI-Adapter, habe ich hier USB auf USB-C dabei, habe ich irgendwas. Kann mein Laptop denn Bluetooth? Ja, genau. Das wäre ein todsicheres Setup, was eigentlich auch meines Erachtens den Leuten zu vermitteln ist, wie das zu bedienen geht. Weil ich meine, das läuft halt einfach. Und da kann ich höchstens kann ich da halt sagen, naja, das, was jetzt mal in dem Hörsaal stattfindet, das bitte ist jetzt nur intern, das soll nicht in die große, weite Welt hinaus geblasen werden. Da mache ich jetzt halt irgendwo Kamera-Mute oder Kamera-Blanking und mache halt ein Mikro-Mute. Kamera, warte mal, aber wir wollen es jetzt nicht kaputt machen. Ob ich mich jetzt mal traue, einmal hier auf Black zu tippen? Ja. Ah, siehst du, Black? Ja, tatsächlich. Oh, und wie kriegst du an? Genau. Siehst du? Und eigentlich total einfach. Schon, schon. Wann? Man könnte ja auch, man musste ja auch lernen, wie man ein HDMI-Kabel anspiegst, so blöd, wie es jetzt klingt. Oder man musste lernen, wie man sich mit Edurope hinfiegt. Ja, muss man halt lernen. Sorry. Ich kenne Professoren in der Elektrotechnik. Ja, bitte. Also irgendwie Schaltpläne aus dem SF, aber muss man noch, dann liegt da halt eine Sieben-Schritt-Anleitung. Aber dass wir irgendwie jetzt bald im dritten Sommersemester immer noch drüber reden, wie wir irgendwie Zoom auf die Kette bekommen, nicht im großen Stil, klar, aber habe ich auch früher schon mal gesagt, es gibt irgendwie so die Leute, die haben sich jetzt arrangiert, die haben ihren Plan, gut, manche eskalieren noch ein bisschen, und es gibt ja Leute, die sagen, nee, der Oberlektor muss ich nur in Strom anschließen. Und wie ich sage, solange da eine Tafel hängen wird in dem Raum, werden halt Leute, die Tafel... Meine Name ist jetzt... Ja, und ich muss mal sagen, ich nehme mich ja da nicht aus. Also ich meine, ich hatte ja in Kasan das gleiche Problem. Ja, sehr schön. Also da hat halt eine Studentin gesagt, sorry, ich kann nicht kommen, ich bin noch in Moskau, wegen diesem und jedem könnten Sie die Vorlesung irgendwie aufzeichnen. Dann wollte ein Student das irgendwie so... Genau, und da hat sie gesagt, also es müssen Sie sich wundern, da sitzt dann einer im Raum, der hat dann so ein iPad dazu stehen und der klickt halt... Nee, machen wir nicht. Der klickt halt auf Breakout. Ob das ein Problem wäre? Oder habe ich ja gesagt, äh, äh... Das ist ein Problem, aber ich habe die Lösung. Genau. Also, nee, es wäre eigentlich kein Problem, aber ich habe... Das ist ein XY-Problem. Ich habe eine andere Lösung, ich nehme es halt einfach von meinem Rechner auf und verluge die Mikrofon. Ohne Tonversatz und was auch immer. So. Und... Aber das macht halt natürlich wieder Aufwand für die Person. Und ich meine, jeder Klick, den man machen muss, und wir wissen halt alle, deswegen haben wir ja heute auch wieder eine Viertelstunde verspät gestartet und wir haben nur zwei Kameras statt drei. Also jedes... In der Regel haben wir sogar vier. Also weil die Logitech ist... Ja, die können wir da haben wir noch mal zu tun. Oh, stimmt. Also jedes... Jedes Kabel allein, was du irgendwo stecken musst, jede Verbindung... Also ich habe es jetzt... Ich mache es immer fest an der Anzahl der Kabel. Jedes Kabel, das du irgendwo hast, musst du auf beiden Seiten stecken und am Ende musst du es wieder abziehen und musst es zusammen und wieder rein. Deswegen ist ja zum Beispiel hier diese Mikrofone, die wir halt heute tragen, total praktisch, weil... Ich bin echt überrascht, wie klein die sind. Das sah die Bilder immer deutlich. Klick, klick. Ich kann ja noch mal die Box holen. Ich meine... Ähm... Musst du mal einen Euro daneben legen, aber... Die schnackst du halt... Also hier noch mal echt die Größe, die schnackst du halt da rein und gut ist. Und das ist halt total praktisch. Aber selbst das, wenn du es halt jedes Mal auspackst, auch klackst, raushimmst, rein, klick, klick, klack dran... Ja, und dann, wenn du fertig bist, bist du ja nicht die Person, sagt, ich gucke nun, dass alle Batterien richtig verstaut und aufgeladen werden. Die wirst du nicht, weil dann ist Mittagessen und danach ist irgendwie Dekan-Szenatssitzung und danach ist irgendwie noch eine Übung und irgendwann müssen wir nach Hause gehen. Genau. Ja, und... Also Technik muss in Räumen funktionieren. Wenn da eine Tafel hängt, werden Leute die Tafel benutzen. Ich habe die Tafel in Kasan auch benutzt, weil sie da hängt. Ja, und weil du halt irgendwann sagst halt, ja, ich will jetzt da was anstreifen. Und ich habe mir jetzt ja mittlerweile noch ein kleines Vakuum gekauft, also so, dass man halt sagen könnte, okay, aber ich hätte auch mit dem Stift auch mein Surface schreiben können. Aber wenn da eine Tafel hinkt, werden Leute die Tafel nutzen. Also wenn die Tafel nicht mehr benutzt werden soll, musst du die abschrauben und irgendwo in den Keller achten. Okay, also sobald ein Standstreifen da ist, werden Leute parken. Ja, so ein bisschen ist das halt so. Und da muss man halt einfach gucken, wie man, wenn da eine Tafel ist, wie man die halt abgefilmt bekommt. Und zwar auch, wie man die so abgefilmt bekommt, dass nicht eine Lehrperson da stehen muss und da heißt es, pass mal auf, da hinten irgendwo 15 Meter Entfernung oben an der Decke ist eine Kamera, die hat aber schon einen super guten optischen Zoom. Du musst nur wissen, welche der vielen Tasten auf dieser komischen Fernbedienung du drücken musst, damit du dann fummelig und dann ist es ja immer so, wenn man nach links drückt, fährt die Kamera nach rechts, weil die ja halt genau andersrum ist und so. Also das kannst du halt Leuten dauerhaft nicht Zoom. Würde ich auch nicht machen. Also bei aller Technikliebe und bei, nein, also das muss funktionieren. Und deswegen ist, also da ist ein Rechner im Raum, da läuft, da ist ein festes Zoom-Meeting zugeordnet, da muss nicht die Lehrperson sich darum kümmern, das anzulegen, das zu starten, das zu machen. Also das läuft im Prinzip, das ist vielleicht, wie ich sage, das ist so geblankt und geblutet. Aber mir wäre jetzt keine Uni oder auch keine Institution bekannt, die das so macht? Nee, aber wobei, also zum Beispiel unser Mediziner-Campus in Magdeburg, die haben zumindest ihre Zoom-Lizenzen so gestrickt, dass die halt eine Lizenz pro Raum haben. Also die haben halt Zoom-Räume angelegt und haben halt Lehrpersonen den Zoom. Und da haben sozusagen nicht, die Lizenzen sind nicht personenbezogen, sondern die Lizenzen sind so wie raumbezogen. Dann bist du wahrscheinlich in Zoom-Einstellungen als Co-Host mit. Genau. Und auch das funktioniert nur wegen Uni-Ex, wegen der Domäne. Wegen Uni minus Magdeburg. Genau. Und das hat halt natürlich andere Nachteile, weil du dann eben wieder keine Umfragen in dem Zoom-Meeting anlegen kannst. und so, also das, aber die Frage ist halt, machst du halt Umfragen? Ich habe halt natürlich auch Umfragen in Zoom gemacht, auch in Hybrid. Wie bist du eins bis neun? Genau, die eins bis neun, die Eisböcker-Fragen, die irgendwelche anderen Fragen. Und bei mir haben sich ja die Leute im Raum auch immer in das Zoom-Meeting angegelt. Ja, also ich würde sagen, eine schlanke Lösung ist, also eine schlanke Lösung ist, stell da einen Rechner hin, der Rechner kümmert sich. Die drei eigentlich nicht. Nee, nee, die drei haben wir verloren. Die muss noch überredet werden, um nicht in den Spanien rauszugehen. Ja, ich meine, das ist aber immerhin läuft die andere Kamera mehr als 30 Minuten. Das ist gut, ja. Welche von den Kameras gehört dir? Das sind Kameras in dem Fall tatsächlich, die über Universitätskosten. Okay, ungewöhnlich. Weil die Lichter? Die Lichter habe ich privat gekauft. Okay, und die Stative? Die Stative habe ich auch privat gekauft. Sechs Stative, das Licht habe ich mitgebracht, die eine Kamera auch. Also, das AT-Mini? Das ist auch Uni. Okay, echt? Okay, das ist auch ungewöhnlich? Das ist mal eines der seltenen. Aber, also, ich meine, ich glaube, es braucht halt für gewisse Sachen, wir hätten jetzt mal, wir hätten mal, aber wir hätten mal jetzt nicht an das AT-Mini ranbekommen, wir hätten mal noch eine Brio hinstellen können zum Vergleich oder so. Also, ich glaube, man braucht nicht immer digitale Spiegelreflexkameras, um jetzt irgendein gutes Bild hinzubekommen. Ja, wobei das ja alles, also das, aber die gibt auch gleich die Bildung. Gute Beleuchung, schlägt, gutes Bild. Also, ich glaube, es wäre halt kein Hit zu sagen, im Hörsaal, es gibt eine Kamera, die macht immer so eine totale. Ja, du hast so eine Radio-Cam und das wäre meinetwegen irgendwie so der Standard. Und dann kann man halt sagen, es gibt noch eine Kamera für die Tafel, wenn es eine Tafel gibt. Es gibt eine Kamera für das Pult, wenn es ein Pult gibt. Und es gibt meinetwegen eine Kamera und das kann ja halt so auch eine ganz schlechte sein, die halt irgendwie das Auditorium fehlt. Also, da sehe ich aber tatsächlich noch gar nicht so den krassen Wert. Also, die ersten zwei Reihen sind eh schon nicht beliebt. Ja. Und die machst du dir, selbst bei den motiviertesten, noch mehr kaputt aus meiner Sicht. Ja, also wie gesagt, es geht auch nicht darum, dass man da halt Gesichter sieht, sondern es geht einfach so darum, zu erkennen, was passiert da so im Raum. Also, kommen da noch Leute rein? Gehen da schon Leute vorher, weil es stinkelangweilig ist? Uh, so wie früher. Sitzen Leute dicht beisammen? Sitzen Leute weit auseinander? Okay. Ich mache ja auch manchmal so Sachen, dass ich dann halt hier so eine Hörsalübung mache und dann lasse ich im Prinzip den Stream und das Zoom-Ing natürlich weiterlaufen und mache halt so Breakout-Räume auf und sage, ihr könnt auch in Breakout-Räume reingehen. um da euch in der kleineren Gruppe auszutauschen, was dann interessanterweise aber irgendwie auch wieder keiner macht oder aus meiner Sicht selten passiert, weiß ich nicht. Und dann gehe ich halt so ein bisschen, dann mute ich halt mein Mikro und gehe so ein bisschen im Hörsal rum und gucke so, was machen die Leute da? Beantworte irgendwie Fragen, gucke so, was passiert so, versuche irgendwie ein bisschen anzuschubsen. Und ich meine, dann sieht man mich natürlich auf dem... Ja, du kriegst vor allem, okay, du kriegst so einen Klassenraumkontext. Du kriegst so einen Kontext, du kriegst so einen Kontext, was da so passiert. Kriegt man den nicht auch durch so eine Radio-Cam von der Decke? Kriegst du auch, kommt natürlich darauf an, wo die hängt. Also es gibt ja unterschiedliche Hörsaal-Konzepte, also in dem Hörsaal, von dem ich jetzt spreche, da hängt die Kamera halt sehr weit oben und die würde halt nicht die letzte Reihe mitführen. Ja, okay. Weil die halt schon relativ... Die hängt schon zu weit vorne. Ja, okay. Und es gibt aber andere Hörsäle, da hängt die halt wirklich ganz, ganz, ganz hinten. Ja. Zu so einer United Nations-Vollversammlung. Ja, genau. Perspektive. Da ist aber eher schon so das Problem, dass halt bei dieser Kamera von hinten, klar, siehst du dann keine Gesichter, es sei denn, die Leute drehen sich um. Ja. Aber im Zweifel siehst du, was die Leute auf ihren Laptops machen. Oh, auch interessant. Und das finde ich halt... Das ist auch nicht cool. Und das finde ich noch eher verwerflich. Ja, schon. Also, weil du halt auch so... Also, du könntest die dann tatsächlich so suchen. Das ist halt eine Logitech hier, wie heißt sie? Rally? Rally? Ja, ja, ja. Und die hat ja auch schon einen relativ krassen optischen Zoom. Ja, du erkennst zumindest, ob die Leute arbeiten oder irgendwas anderes machen. Also, du würdest schon erkennen, wenn sie, sagen wir mal, auf einschlägigen Social-Media-Seiten... Ja. Ja, würdest du allein schon aufgrund der... Da fehlt ja bei das OVGU-Logo. Wo bist du denn? Ja, klar. Okay. Ja, aber den wieder... Also, ich finde so Radio-Cams, ich finde auch eine Kamera, aber wie gesagt, das Auditorium... Also, wenn wir davon reden, hallo, dass da Leute irgendwie auf x Bildschirmen, die per Zoom zugeschaltet sind, das stimmt aber auch, ja. über Kamerakacheln zu sehen sind, also, dann würde ich, als jemand, der per Zoom teilnimmt und seine Kamera anmacht. Also, möchte ich aber auch mal sehen, wer da halt so im Raum sitzt. Ach, so als quasi... Nicht quid pro quo, aber schon im Sinne von, wenn ich teile, möchte ich euch sehen. Naja, also möchte ich auch, weil sonst spreche ich ja irgendwie auch nur mit der Lehrperson. Ach, komisch, wenn da auf einmal Lernende vor einer schwarzen Kachelwand sitzen. Das wäre ja total uncool. Ja, dann merkt man, ja, das sind schon... Feste Räume, feste Installation. Und wie ich sage, und ich meine, und dann kann man sich halt drüber streiten, okay, wenn es eine Kamera gibt, die die Tafel abfilmt, kann ich was an die Tafel schreiben, kann ich die Tafel nutzen. Solange die da hängt, werden die Leute nutzen. Also, wenn ich nicht möchte, dass die Leute an die Tafel mehr schreiben, dann muss ich die Tafel abbauen. So, dann muss ich... Bist du sofort dabei. Wir beenden hier. Tafel abbauen. So. Ich, wie gesagt, ich bin auch kein... Tja, kann man... So. Also, die Tafel-Alternative wäre... Whiteboard, Steamboard... Whiteboard, aber ich meine Whiteboard, ein klassisches Whiteboard hier, so wie das, was hier hängt, macht es nicht besser als die Tafel. Ja, das stimmt, aber über Vacuum und Co. Ja, genau. Also, ich schreibe auf den Beamer, über mein Surface, über was auch immer, über ein Vacuum-Tablet. Das Vacuum-Tablet hat den Vorteil, deswegen habe ich mir das jetzt gekauft, ich möchte das auch... Also, das ist auch definitiv, was ich mal ausprobieren und jetzt werde im Sommersemester. In der Übung, auch wenn es da eine klassische Tafel oder ein Whiteboard gibt, werde ich sagen, no, lass uns den Beamer anwerfen, lass uns einen Laptop da dranhängen, ich schreibe an ein Vacuum, ich gebe das Vacuum im Raum herum. Jeder kann von seinem Platz über dieses Vacuum an die Tafel schreiben. Und da kannst du natürlich auch Leute an die Tafel was schreiben lassen, was halt sozusagen für sie viel einfacher ist, weil ansonsten hast du ja in den klassischen Ingenieurübungen so, die Leute haben einen Lösungsweg zu Hause vorbereitet und schreiben den im Prinzip ab an die Tafel und erklären das nochmal. Und das ist natürlich für die Leute auch immer schwierig, weil du hast dann irgendwo deinen Hefter oder du hast irgendwie so einen College-Blog oder du hast dein Tablet, wo du das aufgeschrieben hast und dann nimmst du nochmal die Tafel, die Stiftfarbe und die Stiftfarbe. Das ist schon einfacher, wenn du das von Platz machen kannst. Und du bist halt als Lernender, Lernende, nicht so exponiert, wenn du nicht an der Tafel stehst, sondern von from the comfort of your... Aber auch da muss man, ja, sieht die ganze Zeit einfach mal an die Bluetooth-Reichweite. Er reicht halt auch nur die vordersten Reihen. In einem Hörsaal weiß ich nicht, wie das reichen würde. Aber wenn ich jetzt... Es ist eigentlich eine coole Möglichkeit, die Mittel zu den Lernenden zu bekommen. Genau, also in einem Übungsraum-Setting finde ich das halt eine total coole Idee. Und ich meine, dann hast du, kannst du halt sagen, okay, Tafel ist mir egal, Whiteboard, klassisches, analoges Whiteboard ist mir egal. Ich habe einen Beamer zu laufen und der Beamer ist im Prinzip meine Schreibfläche. Und den wiederum kannst du total leicht freigeben. Und den kannst du halt natürlich total gut freigeben, archivieren, irgendwie irgendwo anders hinstreamen, in beliebiger, beliebiger Qualität. Viel einfacher, als du es halt mit einer klassischen Tafel machen könntest. Ja. Also das ist so Variante 1, wo ich sagen würde, schraub die Tafel ab, aber dann muss halt jeder Raum irgendwie ein Vacuum-Tablet haben oder halt im Idealfall 2. Also vielleicht eins, was so in das Pult eingebaut ist. Ja, Personen werden wieder sagen. Don't get me started. Erzähl mal was, ich hole mal kurz mein Vacuum-Tablet. Ist das das Vacuum-Review? Es gibt ja verschiedene Varianten. Ist das mit der Ansicht, dass du das Display siehst? Nein, das würde ja natürlich nicht per... Also das habe ich mir das jetzt halt gekauft, dass das hier in mein... Ach Gott, okay, cute. ...in mein Dings reinpasst. Wie viele Pilly-Cases hast du eigentlich? Viele. So, und ich meine, das ist natürlich super portable, da kann man jetzt auch nicht allzu feine Sachen draufschreiben, so für ganz kleine Nitzes-Anformen jetzt nicht. Aber das kann ich natürlich super... Ich glaube, das ist doch nochmal eine Ecke kleiner, ja. Das ist das... Intuos, dann gibt es das Windows White oder Pro oder so. Das ist das... Ja, weiß nicht, das S. Ja, ja, okay. Die M sind schon ein ganzes Stück größer. So, das finde ich total... Dann kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn ich das nicht mit mir rumtrage, sondern das liegt halt in dem Raum, auch wie in dem Medienschrank rum, wo die Mikrofone drin sind, kann ja auch ein M spendieren. Oder ich könnte halt eins nehmen, was wirklich ein Display hat und kann das vorne ins Pult einbauen. Weil hier Leute sagen dann, das ist ja komisch. Ich schreibe da halt und dann sehe ich da gar nicht... Ja, Augenkoordination. Das ist mir wieder... Sehe ich das da vorne erst irgendwo, was ich da schreibe, das ist mir irgendwie suspekt. Also das braucht ja auch ein bisschen Gewinnung. Muss man ja mal fairerweise sagen. So, und die zweite Alternative, die ich halt zu Tafeln sehe, sind so Dokumentenkameras. Also wie die, wo wir gerade eben in meinem Büro waren. Genau. Weil da kann ich auch einfach auf Zettel schreiben. Das hatten wir ja sogar schon in meiner Oberstufe. Ja, ich kann halt auch... Also ich sehe auch direkt, was ich schreibe. Die Dokumentenkamera kann ich natürlich schwer im Raum rumgehen. Aber du kannst vorkommen und sagen, ich habe folgende Entscheidungen. Da muss ich eben nicht meine eigene Hausaufgabe abfüllen oder nochmal abschreiben, sondern... Genau. Ich kann die auch direkt da drunter legen und kann halt das so durchgehen und kann das halt so ein bisschen erklären. Was ich da noch cool finde, ist, dass man eben nicht nur was Aufgeschriebenes zeigt, sondern, ja, dass man mal auch was physische Requisiten mitbringt und sagt, okay, wir machen... Ich hätte mir jetzt ein Beispiel ein... Ja, lass mal zum Beispiel auch mal Sensoren und Aktoren zeigen. Wäre so ein Klassiker. Oder lass du deinen Oszillator zeigen. Dass du das eben nicht... Genau. So. Ich kann da halt einen Multimeter zum Beispiel. Genau. Also physische Dinge mitnehmen. Also Multimeter kann ich nicht über einen Vakuum teilen. Das ist halt der Punkt. Und die Dokumentenkameras sind aber irgendwie leider alle so gestrickt, dass sie halt nicht... so richtig cool portable sind. Also das ist... Ja, aber das muss Teil von unserem fiktiven, festen Vorlesungsraum. Genau. Ja. That's it. Und ich meine, jetzt kannst du das irgendwie mal zusammenrechnen. Also da bist du halt locker unter dem Preis, was so ein Smartboard kostet. Aber weit runter. Da ist noch Platz für ein Kleinwagen bei dem, was wir da einsparen. Ja. Und hast trotzdem ein Setup, was viel flexibler und viel leistungsfähiger ist. Ja. Und wenn du dann irgendwie sagst, ich komme jetzt nicht für einen, sondern für zwei Dutzend Räume. Und das, was Basis dafür ist, ist, dass du halt in allen Räumen, in denen du sowas machen willst, ich sag mal, mindestens einen Beamer hast, im Idealfall zwei, die halt unabhängig von der Laufung. Bist du, achso. Ja. Und, 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 und ich meine, dann hättest du immer noch die Variante zu sagen, wir haben noch einen zweiten Beamer, auf dem zweiten Beamer kann ich jetzt immer noch so einen Kamerakacheln zeigen. Das stimmt wohl. Oder ich könnte halt sagen, ich habe einen, einen Beamer, da kann ich meine Folien zeigen und ich habe halt den zweiten Beamer, den ich halt nutzen kann, um was handschriftlich anzuschreiben oder dazu machen. Ich gucke mal, ob ich den, du hast, hast du das Bild gesehen? Weißt du, welches ich meine? Ich kann es mir so ungefähr vorstellen, dass es geprisst ist. Ja, das war auch vor, auch das ist wieder so ein, wie erneut die Sau durchs Dorf getrieben. Wir hatten vor ein paar Wochen oder Monaten sogar schon, auch von irgendeinem Harvard oder Stanford, die hatten auch so ein Show-off-Room mit so ganz vielen Kacheln oder haben sogar so ein Video and now back to und dann irgendeine Stadt aufgerufen mit irgendeinem Namen. Das war auch so ein total aufwendig produziertes Schicky-Video, wo dann auch Leute, die teilweise in einem Video sich zurückgemeldet haben, meinten so, ja, aber ich bin irgendwie seit drei Jahren graduiert und wir hatten da, wir haben da was einmal gemacht. Ja, ich finde immer, wenn man sowas zeigt, dann, oder auch wenn jetzt Trailer oder solche doch auch sehr aufwendig erstellten Videos, da wird, sehr viel Geld in so ein einmal aufgeproduziertes Video investiert, statt zu sagen, okay, jetzt starten wir einfach mal zwei Räume aus. Ja, also die Schwierigkeit ist, glaube ich, also, wenn man so will, es ist kein technisches Problem, das technische Problem ist mittlerweile, glaube ich, sehr gut verstanden und sehr gut lösbar. Es ist eher ein organisatorisches Problem, es ist ein Problem, das in die Breite zu tragen und es ist am Ende ein administratives Problem, die Lehrenden zu schulen, dafür zu sensibilisieren. ja, dieser Mehrwertbegriff ist halt verbrannt, aber komplett abgetrocknen, der kann wirklich gar nichts mehr im Internet tun. Ja, aber, weiß nicht, also, trotzdem zu zeigen, das hat, das hat gewisse Vorteile ab und zu, wenn man Sachen halt für die Breite macht, weil man eine größere Zielgruppe erreicht, weil man das irgendwie diversitätssensibler ist, es ist besser für heterogene Studienschaften geeignet, man erreicht nochmal Leute, die man halt sonst nicht erreichen würde. Die böse Frage ist, will das eine Fakultätin? Ja, das ist halt die große Frage, genau, das ist halt eigentlich die Frage, die man sich stellen muss, also ist das sozusagen hochschulpolitisch gewollt, ja oder nein, das ist eigentlich die große Frage, die man sich stellen muss und ich meine, da muss man halt gucken, wie macht man es dann am Ende den Lehrenden, die jetzt eben nicht so affin sind, irgendwie möglichst niederschwellig, einfach und das geht halt über eine gute, intuitiv nutzbare Raumausstattung, wo ich irgendwo eigentlich mit jedem Endgerät der Welt nicht da hinkommen kann, sagen kann, da läuft ein Zoom-Meeting, ich hänge mich da nochmal mit rein, um da meine Folien zu zeigen und ansonsten ist da schon ein Rechner da, da könnt ihr auch einen Stick reinstecken und da auch nochmal meine Folien machen, aber alles andere, alle Kameras, alle Mikrofone, alles andere hängt eben schon an diesem festen Rechner und da muss ich mich nicht drum kümmern, dass, also wir haben jetzt auch andere Räume, die so für sowas ausgestattet sind, zum Beispiel auch nur zwei Logitech-Rallys und sowas und da kommt das natürlich alles über einen USB und hinter diesem einen USB-Kabel hängt wahrscheinlich so ein großer USB-Hub, wo dann die ganzen Kameras und Mikrofone alle drinstecken und wenn du dann diesen einen Hub sozusagen in deinen Rechner reinsteckst, dann macht das erstmal zwei Minuten lang bing, 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 400 Treiber werden aktualisiert. Ja, genau. Und dann lädt sich da auch noch, also das ist ja, das ist auch toll, was sich Leute da ausgedacht haben, weil die dann zum Beispiel nur das USB-Kabel halt nochmal ein Netzwerk mitschleifen. Ja, gut, klar. Dass du als Presenter nicht nur im WLAN drin hängst, sondern sagst, egal, auch wenn das WLAN jetzt hier irgendwie durch zu viele Leute zusammenbricht, ich hänge halt mit drin, aber tja, warum, warum keinen festen Rechner da hinstellen? Ja, gut, weil sich am Ende des Tages jemand darum kümmern müsste, den zu warten, den zu pflegen, Distributed Software und Betriebssysteme, das ist, also, aber ich finde es halt gut, dass wir jetzt einige Räume haben mit so ein paar Lösungen, die auch alle ein bisschen unterschiedlich ticken, weil manche Räume zentral beschafft wurden, manche Räume von Fakultäten beschafft wurden, manche Räume irgendwie so semi-privat ausgestattet wurden und man in diesen ganzen Szenarien jetzt irgendwie mal noch ein bisschen Erfahrung sammelt. Was ich auch cool finde, weil, das habe ich festgestellt von den Filmen, was ich so ausprobiert habe und ich stelle irgendwie gefühlt alle fünf Tage was um, dass man doch irgendwie seinen eigenen Lehrstil hat, stehen, sitzen, vor der Tafel, Doku kämpfen, ist mir eigentlich auch egal und dass man mit dem richtigen Szenario auch so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal gleich irosoterische Wohlfühlatmosphäre schaffen kann, weil vielleicht ist, findet der eine oder die andere das auch irgendwie nicht so toll da vorne vor einem Podest, ich mache zum Beispiel so diese Redesärge nicht, weil man sieht dann, man kann nicht richtig gestukulieren, ich kann nicht, und vielleicht findet der andere aber auch doch interessanter auf einem gemütlichen Stuhl zu sitzen und so streamartig seine Vorlesung zu machen und das würde das digitale Setting ja erlauben. Also es muss ja nicht jeder durchs gleiche nutzen. Genau, genau, genau. Und die jetzigen Settings sind ja halt der einen Kamera, die dann irgendwie immer nur die totale zeigt oder die du halt nur irgendwo hin zoomen kannst in dieser richtigen Termine, das schränkt halt einen total an. Ich kann mich an einen Promotionskolloquium erinnern, mit einem Kollegen, der auch so ein bisschen dafür bekannt ist, immer so sehr hat, Tiger-mäßig von rechts nach links zu laufen und du musst dir sagen, das geht halt nicht. Das ist eine Hybrid-Verteidigung. Ja, also klar, deine Kommission sitzt irgendwie im Raum, aber da sitzen halt noch x andere Leute, die das halt nur per Zoom sehen und da kannst du nicht alle zwei Sekunden aus dem Kamerabild rauslaufen. Das geht halt nicht. Bleib an der Stelle stehen, so schwer dir das auch geht, aber das geht halt sonst nicht. Aber wenn du sozusagen vier Jahre genau diesen Tiger-Stil nicht ausgetrieben bekommen hast, weil es nie ein Problem war, dann wird es auf einmal ein Problem. Genau, dann wird es auf einmal ein Problem oder es sieht einfach komisch aus. Oder wenn so Leute eben daran gewöhnt sind, Sachen immer mit diesem Laserpoint da auf Folien zu zeigen und das halt auch gar nicht anders kennen und man den Leuten sagen muss, ja, das kannst du jetzt machen, das ist für die Roomies. Ja, das ist eine coole Unterteilung. Genau, Roomies und Zoomies finde ich gerade News. Wobei die Roomies auch Zoomies sein können, aber nicht anders. Aber nicht anders. Das ist ein Superset. Sehr gut. Oder auch das Lehren und Gucken in diese, wir haben ja nicht so schwarze Zoom-Kacheln, sondern auch schwarze Objektive oder einen Hauch von Nichts im Objektiv musste man auch lernen. Und das ist für mich ja auch immer noch die Schwierigkeit, dann zu überlegen, wo man halt hinguckt. Wirklich ins Objektiv. Ja, nee, nee. Ja, nee, ja, aber ich meine, also, komm ich gleich durch, ich will mal den Punkt noch mit dem Laserpointer. Das ist dann auch so, also, dass man den Leuten sagen muss, nimm halt jetzt nicht den Laserpointer, pass auf, du hast ja eine Maus. Ach, du meinst, weil der App, ja gut, sieht man ja nicht. Genau, also nimm halt die Maus, zeig das einfach mit der Maus. Das sehen die Leute im Raum und das sehen halt die Leute in Zoom genauso. PowerPoint-Steuerung. und diesen Laserpointer, der ist halt nur für die Leute im Raum, ja, also alle, klar, wir haben uns alle mal irgendwann teure Klicker gekauft von Deutsche Tech hier mit irgendwie einem grünen Laser, don't point it at the audience, ja. Mit der Premium-Version, wo die Zeit läuft und der vibriert und so, hunderte Euro, weiß ich nicht, alle komplett wertlos setzt, weil man halt diese Laser nicht sieht, es sei denn, also irgendwer kommt bestimmt irgendwann in den Film. Traurig, aber auch ein bisschen witzig. Aber ich wette, irgendwann kommt nochmal jemand und filmt die Präsentationsfläche. Ja. Oder? Das wird auch nochmal. Was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich meine Folien auf einem Greenscreen präsentiere, ich sie selber nicht sehe, aber sie in OBS sichtbar sind, dann benutze ich zwar nicht den Laserpointer, aber das weiterklicken. Das ist ganz schick. Das stimmt, ja. Das habe ich bei diesem, Hybrid-Effective-Presentations in Kasach natürlich auch gemacht. Aber was ich meine mit der Kameraperspektive ist halt dieses, also ich habe mal im letzten Semester einen Workshop gemacht, da waren nur zwei Leute im Raum und es waren halt aber sieben oder acht Leute per Twitch. Genau, oder? Ja. Und dann ist es natürlich so eine Geschichte, also irgendwann guckst du halt in die Kamera und nicht mehr zu den Leuten im Raum, weil du halt weißt, okay, über die Kamera gucken gerade mehr Leute zu. Uh, spannend. Und das ist das, was ich meine, in so einem hybriden Setting, also wo stellst du die Kamera hin, dass du halt irgendwie gutes Licht hast, dass du das Licht, was der Raum so ein bisschen bietet, halt mitnutzt und dass du irgendwie so ein bisschen gleichzeitig zu Leuten im Raum gucken kannst und in die Kamera, was halt, wie ich sage, so eine super weit oben angebrachte Hörsaaldeckenkamera es bringt ja auch richtig, also dann wird es schon ein bisschen so real. Es bringt, und ich meine, weswegen ich zum Beispiel halt immer meine eigene Laptop-Kamera benutzt habe, weil die konnte ich mir halt irgendwie so hinbauen, dass ich so scharf da drüber und gucke irgendwie ins normale Raumpublikum gucke und ich sehe halt auch viele absurde Settings mit wo dann, naja, irgendwie so die Raumkameras oder irgendwelche Logitech-Systeme, die wurden dann so an die Seiten gebaut. Ja, also klar kann man mit denen dann auch, oder die wurden halt mitten in den Raum gestellt, so. Ja. Da können die sich natürlich um Pentate Zoom-mäßig um 360 Grad drehen, aber irgendwie sehe ich da trotzdem nie so richtig das, was ich sehen will, so oder, oder ich sehe die Lehrperson immer nur von der Seite oder so ganz absurde Sachen. Und dann müsste ich ja anfangen, so einen Mittelstrahlgang freizulassen. Ja, ja, das waren so Räume, wo so Tische wie im Umfeld stehen zum Beispiel. Ah, auch so, ja, okay. Aber irgendwie, nee. Und dann ist das aber total komisch, wenn die Kamera dann mit diesem Voice-Sensor halt immer dahin schwenkt, wo gerade der spricht. Ja, ja, und gibt nicht gerade den Voice-Sensor. Weil der Zoom dir natürlich dann, selbst wenn du nur vor deinem Rechner sitzt, schwindelig wird, weil die Kamera die ganze Zeit die Uhr von rechts links gehabt haben. Also der Beweis, dass diese, also die Arrays oder die Mikrofon-Arrays, die scheinen ja durchaus zu funktionieren, aber dieses smarte Wissen, wo gerade der Fokus im Raum liegt, das ist auch wieder, wo ich sagen würde, das ist so ein Versuch, es zwanghaft technisch zu lösen, weil man irgendein geartetes Modell in irgendeinem Laborversuch entdeckt hat, was aber im Zweifelfall, wenn dann... das ist sozusagen die Blockchain der Audio-Mikrofon-Arrays. Fünf Mikrofon-Arrays. Ich war also den Beweis, also ich bin ja auch offen für viele Sachen und ausprobieren, aber den Beweis muss man mir noch antreiben. Ja, also wir haben ja auch so einen Raum mit Mikrofon-Arrays, den habe ich auch ordentlich ausprobiert. Also im Zweifelsfall... Ne, also Lavalier-Mikrofone, wie wir sie jetzt anhaben, gibt die größte Freiheit und wenn man dann noch ein nicht geworfenes Mikrofon für die Menge hat... Ja, also um das Thema abzuschließen, ich würde sagen, das Semester wird hauptsächlich Präsenz stattfinden. Es wird noch ein paar Kaputte geben, so wie mich, vielleicht die ab und zu mal was für gut machen. Ja. Aber die große, breite Masse wird es nicht erreichen, weil keiner mehr diese extra Meile gehen wird. Ja. Für die zwei, drei Leute, die man damit perspektivisch noch per Zoom erreichen wird. Oder es wird so eine, ich sage es mal ganz böse, zwei Klassenqualität. Also Zoom nebenbei anmachen ist ja nichts Problem. Die Frage ist nur, welches Level audiovisuelle Erlebnis. Genau. Oder es wird halt so, ja gut, ihr wollt hybrid, okay, ich mache hier so ein Zoom-Ding an, aber man sieht und hört eigentlich nichts, ist mir auch egal. Oder ein Termin so, ein Termin so. Kommt auch einfach her. Ich glaube, dieses ein Termin so, ein Termin so wird halt... Also wenn du zum Beispiel zwei Vorlesungen hast, Dienstag und Freitag, dann... Also in den Übungen, wir haben es halt wieder so machen, wie wir es schon im letzten Semester gemacht haben, dass wir haben halt über die Woche verteilt sechs, sieben Übungstermine, in denen Perspektive, in denen prinzipiell das Gleiche passiert und dann gibt es halt wieder sechs Übungstermine, die sind halt nur in Präsenz und es gibt ein Übungstermin, das ist eben nur online und alle Leute, die irgendwie in Karatäne sind, die sagen, ich kann nicht kommen, das ist mir zu weit, ich bin noch nicht hier, was auch immer, die nehmen halt an diese Online-Ubungen. Also das ist so quasi Subkohorten... Genau. Ja, das haben wir auch ähnlich gemacht, wobei, ja... Also zumindest so wird es, denke ich mal, in Magdeburg so einen großen ganzen Laufen, weil die, also die Hörseitechnik, so wie sie jetzt ist, da kannst du halt ein paar Sachen mit machen und im Prinzip, du musst nur zusätzlich, das wird ja mal in dem E-Kabel, was du steckst, noch ein USB-Kabel stecken und das USB-Kabel kommt irgendwie Licht und Ton rein, aber Licht und Ton ist, wie du sagst, ist so ein... Ja, also da ist halt was, aber so richtig toll ist es nicht. Ja, oder du musst noch mal ein bisschen was dazu tun, eine Fernbedienung nehmen oder irgendwie so irgendwelche Knöpfe drücken und dann immer sagen, ah ja, ich stehe hier, okay, jetzt muss ich nochmal da hinzoomen, ich stehe da, jetzt muss ich an der Tafel da irgendwie hinzoomen und ich müsste mal irgendwelche Presets speichern. Das wird halt wieder keiner machen. Also das zeigt zumindest die Erfahrung des letzten Semesters, die Lehrpersonen, denen es im Prinzip egal ist, die werden das halt nicht machen. Und das ist in gewisser Hinsicht halt auch bestätigt. Ja, ist eben so. Also vor allem gerade so mit Sommer, es ist doch das Gute, es sind doch die guten hohen Zahlen, so nach dem Motto. Ja, es ist so zynisch. Also ich meine, wir reden einfach, wir haben einfach auch irgendwie kollektiv gesagt, wir reden nicht mehr drüber und ich weiß nicht, ob das so eine schlaue oder erneut eine schlaue Idee ist, wenn man sozusagen mit so einem Flexi-Xi-Plan ins Semester geht. Irgendwie hat man sich ja dann noch eingebucht, aber mir fehlen auch immer noch so die klaren Ansagen. Vielleicht auch, weil die, die die Ansagen machen könnten, nicht so oft in den Übungen und Vorlesungen stehen und zwar nicht zu vorsichtig. Das ist halt eine gute Frage, ja. Also ich meine, ich bin ja froh, dass man genug Flexibilität hat. Also wenn es jetzt irgendwie heißen würde, ihr dürft jetzt nur noch Präsenz machen, alles andere, das ist toll, wir haben nur Zoom-Lizenz gekündigt oder ihr dürft jetzt nur online machen. Verbrennt alle Leitfäden. Wir machen das mit den Fähnchen. Ich finde ja diese Freiheit schon noch nicht so verkehrt. Wird denn, ganz flexible Frage, die mir gerade kommt, wird denn Online-Lehrdeputat bei euch 100%? Also was heißt, ja schon, aber also alles, was man eben an, sage ich mal, Vorbereitungszeit braucht, um jetzt irgendwie gute Online-Lehre zu machen, ja, also es wird eben, so wie klassisch, wird halt die synchrone Zeit, die wird abgerechnet. Und das halt eben in der Format nicht davon abhängt, wie viel Zeit ich synchron mit Studierenden verbringe. Also ich will nicht sagen, dass diese Zeit halt, also, aber das ist nicht das alleinige Kriterium. Ja, ein bisschen so tun, als würde man jede 45 Minuten Schulstunde gleich viel linear lernen. Genau. Und das ist halt einfach albern. Und naja gut, und ich meine, also da kann man halt auch den Lehrenden, das ist so ein bisschen, wie man sagt, sozusagen so mit Prüfung, ja, also die Geokonstrakte für Leinment, die Prüfungskultur wird sich erst ändern, wenn ich die Lernkultur ändere, ja, und andersrum, also wenn ich irgendwie innovativ Lehren und Lern fördern will, dann muss ich das auch in den Prüfungen abbilden. Und ich meine, genauso ist es auch, also wenn ich halt will, dass irgendwie Profs sich mehr um Lehre kümmern und da mehr Zeit rein investieren, muss ich das als Uni natürlich auch irgendwie wertschätzen und ich muss das vielleicht als Ministerium auch anders abrechnen und kann halt nicht sagen, ja, es gibt eine Lehrverpflichtungsverordnungsgeschichte, die ist ungefähr von 8 bis 12. Machen wir nicht so, weil das haben wir noch nie so gemacht. Genau, ja, und da kann man eben nur diesen synchronen Aufwand abrechnen. Das ist ein extrem gutes Schlusswort, bevor wir anfangen zu ranten. Wollen wir noch ganz kurz über das Lego-Praktikum sprechen? Ja, gerne. Wie ist dein Eindruck? Du hast es ja von außen verfolgt. Also ich fand es vor allem für die, von der Aufmachung her, und ihr hattet ja durchaus Medientechnik im Hintergrund, richtig? Für diesen Stream, ja. Genau, ja, und das hat man gemerkt, also dass man sagt, okay, wir bauen Feuer auf, seid ihr so eine Agenda durchgegangen oder wie, also wie, es war ja doch relativ informell. und wie viel Vorbereitung ist da reingegangen. Also eigentlich technisch nicht viel, weil dieses Studio ist halt fest, das steht halt. Es hat auch so richtige Trassen oben, ne? Ja, es hat so da, ja, weiß ich nicht, das hat zumindest so relativ fixe Stative und das hat auch ein bisschen Audioausstattung mit irgendwie so ein paar Absorber-Panels und das ist auf jeden Fall Licht und Kameras. Also klar, ich glaube, die Kameras wurden für den Tag nochmal irgendwie ein bisschen anders ausgerichtet und justiert, hat aber durchaus den wertigen Eindruck gemacht. Aber also letztendlich habe ich mich da nicht so viel gekümmert um jetzt diese reine Technik. Was ein gutes Zeichen ist, was ein sehr gutes Zeichen ist. Und dann hatte ich mir halt überlegt, okay, mit der Kati naja, so eine halbe Stunde lang irgendwie ein bisschen was zu quatschen, so im weitesten Sinne zu diesem Praktikum. Also einfach, dass da halt was da ist, dass auch die Studis schon mal so langsam in das New Meeting mit reinköpfeln können, dass da halt was bei Twitch passiert, sodass man halt nach dieser halben Stunde im Endeffekt anfangen kann und sagen kann, jetzt, wir haben so ein bisschen die Bühne bereitet, wir haben so ein bisschen den Rahmen geschaffen, jetzt übergeben wir halt an die erste Studierendengruppe. Ja, hattest du das eigentlich groß angekündigt oder haben da Leute gesagt, so, nee, über Twitch wollen wir eigentlich nicht oder wie war so da die Gemengelage? Ich habe das halt vorher angekündigt und habe gesagt, also ich, wir laden zu diesen Abschlusspräsentationen, haben wir sowieso schon früher auch immer Leute aus der ganzen Fakultät, hochschulöffentlich, wie man so schon sagt, das eingeladen, haben das auch in einem größeren Raum gemacht und ich habe halt diesmal gesagt, ich würde das halt auch gern irgendwie per Twitch passieren lassen und es hat halt niemand widersprochen. Also ich habe jetzt andererseits auch nicht von allen Leuten, also ich glaube, früher haben wir auch mal so Videos aufgenommen, die dann auch so wirklich für den großen Ofgo-YouTube-Kanal benutzt wurden und da haben wir halt, weil das glaube ich auch das Medienzentrum so wollte, von allen so eine unterschriebene Einverständnisse Ja, von den Präsentierenden, nicht von den Zuschauern. Genau, von den Präsentierenden, also von den Leuten, die halt auf diesem Video zu sehen sind. Also, sorry, sowas habe ich jetzt dieses Jahr auch nicht gemacht. Also, da kann man sich halt drüber streiten, ob das halt notwendig ist, also, oder ob diese Es gibt ja konkludentes Handeln. Also, ich meine, wenn ich irgendwie ansage, ich fange eine Präsentation, du hast es vorangekündigt, ja, also irgendwann darf man als erwachsener Mensch und was du gehörnest auch mal sagen, eigentlich will ich nicht. Genau, und ich meine, es gab ja auch Leute, die haben ihre Kamera nicht angemacht, das war halt auch vollkommen okay. Genau, aber das ist ja, das ist ja dann, ist ja, also, ich meine, man hat ja dann die Folien, da haben man das Kamerabild ein bisschen kleiner gezogen, was dann in dem Fall nur eine schwarze Kaffee war, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, vielleicht, in manchen Fällen ging es ja vielleicht auch technisch einfach. Ja. Und, also ich glaube, was vielleicht dazu kam, ist, dass die Studie sagt, ja, Moment, der Magnusky, der macht irgendwie seit x Jahren so, nach dem Motto so gefühlt, ist ja jede Woche irgendwie zwei, dreimal so bei Twitch zu sehen, ja, und er zeigt uns da alles Mögliche. Er klärt alles Mögliche und ist da auch irgendwie sehr offen und hat auch zu Hause mal irgendwie eine Kamera in den, in den Stall seiner Meerschweinchen reingehalten und das irgendwie ins Kunst zeigt. Ja, das wäre jetzt auch irgendwie schon komisch, wenn wir jetzt sagen, ja, nee, also, sorry, ist ja schon cool, wenn Sie das übermachen, aber wir wollen das halt nicht. Ja, und es war so mit einer Woche im Vorlauf angekündigt. Ich glaube, es gab auch Leute, die haben dann schon geschaut, dass sie zu Hause auch irgendwie so einen Instagram-Mable-Hintergrund haben. Ja, aber auch das, finde ich, gehört ja, also man kann sich ja durchaus unter überstreiten, ob in der aktuellen Zeitraum mit, auf keinen Social Media, TikTok, YouTube Generation, wie auch immer, ob das nicht auch einfach so eine Art Softskin ist, auch ein gewisses Setting zu kreieren. Das wurde ich mal im Seminar gefragt, also auch, da kam es schon irgendwie, dass ich mich mit Videos beschäftige. Dann wurde auch, ob ich finde, dass das, ich bin ja Business-Informatiker und ich habe gesagt, ja, irgendwie schon, weil, tu Gutes und sprich rüber, ist in der modernen Variante, nimm es ordentlich auf, damit drüber gesprochen werden kann. So gehört es irgendwie auch dazu. Insofern finde ich das auch okay, dass man mal sagt, hm, wie wirkt denn mein Hintergrund? Was möchte ich denn, dass man da sieht, ohne sich jetzt groß zu verstellen? Und das geht auch im Wohnheim. Also, im Wohnheim hat man nie bis zur Internetverbindung der Welt, also was das angeht. Stimmt wohl. Ja, insofern, nee, und das, ich glaube, dass der Stream an sich einfach auch eine sehr realistische, das haben wir gemacht. Also nicht dieses, hallo, wir sind Gruppe 3 und wir haben, sondern, dass man einfach mal sagt, hey, wir haben was gebaut oder wir sind vor einer Fragestellung nachgegangen und das ist, glaube ich, auch wieder dieses, was ich realistisches Hochschulmarketing nenne und nicht, es ist auch Spin in the Game der Studierenden. Ja, definitiv. Und es ist was, genau, was eine realistische Außendarstellung halt an der Stelle für mich fordert. Und wie du sagst, das ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Kompetenz bei den Studierenden schult, weil abseits vielleicht jetzt so von wöchentlich regelmäßig stattfindenden Lehrformaten an Hochschulen, also ich glaube, was definitiv in Zukunft weiter hybrid sein wird, sind so Tagungen, sind hochschuldidaktische Workshops, sind so hochschuldidaktische Konferenzen, generell Konferenzen, weil es, also, weil sich viele Leute sagen gern, nee, sorry, aber um jetzt so einen Vortrag mehr anzuhören, da fahre ich jetzt nicht mehr den ganzen Tag. Höchstens wegen dem Connecten, weil es dann doch mehr verwendet ist, aber dann hat man schon, also, was ich zum Beispiel als Doktorand wirklich vermisse an den Präsenzkonferenzen ist, in eine Sub-Community oder in eine Nischen-Community sozusagen reinzukommen, weil es am Konferenz-Dinner einfach viel, viel einfacher ist, als über so ein Anstupsen hätte man auf Studie-Konzept oder Grusche, oh Gott, also genau, also das funktioniert halt schon besser, wenn man natürlich schon Leute kennt, das kannst du auch dann über Zoom machen oder aber wenn ich dann eh was, dann skype man halt mal, da brauche ich dann keine Konferenz dafür und da muss ich sagen, im ersten Jahr relativ schade, dass das nicht stattfindet, aber schauen wir mal und auch Bewerbungsgespräche, das war jetzt noch so eine Synapse, auch die finden virtuell statt und da, ich behaupte mal, dass man da nicht die Kamera auslassen kann, das wäre aus meiner Sicht total seltsam und auch da wäre es irgendwie komisch, wenn ich damit jetzt irgendwie noch Logitech C270 an Tanze, die irgendwie da Pixelbrei sendet, also Tobias hat ja quasi dazu regelmäßig alle zwei Monate ein Tweet und aus meiner Sicht total gut nachvollziehbar, also ja, wer irgendwie Keynote-Speaker ist oder Speakerin bei einer Konferenz, wo irgendwie, ich sag mal, mehr als zehn Leute zuschauen, ja, es geht nicht, eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich, interne Mikrofone oder ja, du kommst ja auch nicht irgendwie in alten, in einer komischen Klamotte und mit, also mit so, ja, dann, da reden wir ja noch nicht mal darüber, dass man wirklich sieht, dass Folien abgelesen werden und überhaupt und auch Interaktion mit der Kamera nicht vorhanden ist, das ist ja schon die, von mir aus schon die, die erste Kür. Zweite Kür wäre dann auch mal eine Umfrage live einzubinden und auch live auszuwerten und wie auch immer, das ist so ein bisschen, wo ich sage, eigentlich so, so eine, so eine Keynote halt, so eine richtige, ich mache hier jetzt ein bisschen Welle und leite ein, ja, das ist, da würde ich auch sagen, das ist eher schlechter geworden mit, ja, teilen Sie mal ein paar Folien, das wird schon passen, ja, wenn dann noch der Pixelbrei dazukommt, ja, da darf man sich auch, sage ich auch ehrlicherweise, nicht wundern, dass man eben doch vielleicht nebenbei die Spülmaschine ein- und ausräumen, weil man sagt, das verpasse ich hier gerade nicht, ja, so, haben wir noch was? ne, da hast du ja noch viel mehr hingeschrieben, aber da sind wir überall, Gott, Lernziele, ja, Lernziele, ist gestern Abend wieder aufgebucht, boah, aber machen wir nicht, doch, machen wir, doch, machen wir, aber da muss ich jetzt hier gerade mal, willst du auch eine? Ja, ich liebe auch eine, Leute, Lernziele, ob ihr der Twitter-Community nicht zuhört, habe ich gefragt, also, es fing ja schon vorher an, dass mein sehr geliebtes Quarks und Co. einfach, also, ja, ist übrigens nur Orangeningwer, dass Quarks und Co. in irgendeiner, ich glaube, dann haben sie es sogar noch Spezialfolge genannt, von Lernstilen angefangen haben und an sich war das ein schöner Artikel, informelles Lernen, irgendwas mit Kontext war noch gegeben und dann, ab der Hälfte des Artikels ging es einfach um Lernstile und das ist ja, dass es ja so toll sei und irgendwelche Präferenzen und dann, man hat ja wirklich schon gemerkt, okay, gerade geht was unfassbar schief, jetzt kann man natürlich sagen, so gut, jetzt sind wir halt total, jetzt sehen wir zu methodologisch oder zu fatalistisch, aber was ich also spätestens nach dem Veritasium-Video, was ja wirklich viral gegangen ist, wo man sagt, okay, außerhalb der Bildungswissenschaftsszenerie und den, wie hast du es vorhin genannt, den Bekloppten oder den, spätestens dann müsste es halt irgendwie klar sein und was mich so stört und wirklich einfach nervt ist, dass es, je öfter das, so ein etabliertes Medium, wie Forbes oder auch gestern, Forbes, je öfter das wiederholt wird, desto eher verselbstständigt sich dieses absolute Bogus-Mysterium und ich glaube, das stört mich am ehesten, nicht, dass getan wird, okay, es gibt Lernziele, sondern dass es einfach am Leben erhalten wird von so großen Medien. Genau und das ist dadurch wieder so eine Sight and the Source wird, absolut. Weil irgendwie so Forbes klingt ja jetzt schon gar nicht so schlecht und Forbes auch eigentlich. Aber das Problem, dass die total, die Grafiken und auch die Wissenschaftskommunikation, auch diese gerade noch so runterbrechend, auch gerade in der Corona-Zeit, dass man aber durchaus noch was lernt, ohne jetzt biochemische Grundlagen zwei belegt zu haben, das ist ja so einer der Kernaspekte von Wissenschaftskommunikation, aber auch eben nicht so zu vereinfachen, dass es so, ja, ja, das sind halt so, das ist irgendwas mit Tröpfchen, so nach Motto. Aber bei den Lernzielen muss ich leider sagen und dann hat auch, wie heißt der, unser für H5P-Experte? Oliver Tacke. Genau, der Oliver Tacke wirklich in die Kommentare geschrieben, eine Antwort, nochmal Literatur und dann zu sagen, ja, aber das ist doch in der Wissenschaft oft zitiert, wir ändern es nicht. Also man kann nicht beide Seiten oder nur eine Seite nehmen. Und ja, das ist aber in der Wissenschaft früher zitiert worden. Ja, aber da muss man leider auch den Aspekt der Wissenschaft nehmen, dass sich Dinge ändern. Und da muss man leider bereit sein, seine Meinung zu ändern. Und dann kam dieser Forbes-Artikel und der hat auch ein relativ großer Account im PhD-Student retweetet und nur dieses Scream-Emoji und ich finde, es hat einfach total gepasst. Was ich richtig gut finde, ist, dass die, ja, ich nenne es jetzt mal Edu-Twitter-Bubble, dann doch relativ schnell zur Stelle war und eigentlich alle zitierten Tweets von diesem Forbes-Artikel haben eigentlich alle nur eskaliert und gesagt, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Genau. Ja, aber der war, also der, ja, dieser Forbes-Artikel, den habe ich gestern halt so angelesen und da war so, ja, ich wiederhole es jetzt nicht, um dir keine Bühne zu geben, aber es war so genau das, so wie man so sagt. Und dann bringen die da noch KI rein? Bitte was? Also, da war wirklich das Buzzword-Bingo-O-Meter schon wirklich kurz vor den Überquellen. Ja, ich sollte mich auch einfach nicht so drüber aufregen, aber irgendwie, ich konnte dann gestern Abend nicht mehr anders und dann, einfach why? Ja. Ne, das war es auch schon. Zum Nicht-Existischen in den Lernzielen. Und dann ist der letzte Punkt, der noch steht, eine Prüfung. Okay. Da kann ich ja vielleicht kurz berichten, was aus, also, wie wir es jetzt aktuell gemacht haben, vor ungefähr, weiß nicht, drei Wochen war unsere Prüfung. Sie ist jetzt auch schon so fast fertig. Wieder Open Book per Mail, oder? Genau, also Open Book. Ich habe die aber, weil ich nicht wollte, dass die Studierenden die Prüfung potenziell eben nur auf einem sehr kleinen Endgerät halt angucken können und es halt nicht so wahnsinnig viele Leute waren, es waren halt nur so 20, hatte ich sie halt vorher ausgedruckt. Ja. Habe sie den Leuten aber, glaube ich, trotzdem dann nochmal per E-Mail geschickt, also sie hätten sie auch einfach auf ihrem Laptop anschauen können oder auf dem Handy anschauen können, aber es gab dann aufgrund der Gelegenheit auch noch eine ausgedruckte Variante. Aber die Prüfung war eben in den Hörsaal. Ah, okay. Also, lokal, Open Book, Open Web, Open Web in Präsenz. Man hätte auch aber online daran teilnehmen können, falls man irgendwie gesagt hätte, hier, ich bin gerade in Quarantäne oder sowas, weil eigentlich es ja keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt sozusagen also das Ding ist, die Person, die dann online ist, die hätte ich dann irgendwie so quasi per Video überwachen müssen. Genau, jetzt hätte ich, weil sonst wäre so der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht gewahrt gewesen. Das hatten wir, aber dieses Mal hat sich das halt nicht ergeben. Also es war halt niemand in Quarantäne, aber es war so eine nette Backup-Variante. Wobei ich sagen muss, durch die gleiche Zeit, den gleichen Tag und die gleiche Klausur hast du ja durchaus den Gleichbehandlungskontext. Ja, aber du kannst halt eigentlich nicht sagen, okay, jetzt sitzen Leute im Wurzelt, die werden halt tatsächlich beobachtet, dabei beaufsichtigt und jemand sitzt halt komplett unbeaufsichtigt zu Hause und macht das halt in seinen schlägen Thema. Habt ihr die wirklich beaufsichtigt? Habt ihr da wirklich geguckt? Also beim letzten Mal, da war es halt so, da gab es halt eine Online-Beaufsichtigung, so wie die nach unserer Fernprüfungsverordnung halt zulässig ist. Also da gab es halt ein Kamerabild, da hätte auch jemand irgendwie eine virtuellen Kamera per OBS einspielen können. Da gab es halt jetzt keine Kameraschwenks, keine 3D-Überwachung, alles was ja auch irgendwie seltsam und absurd und komisch ist. aber was eben dem, ja, es war eine Video-Fernbeaufsicht Prüfung, Punkt. Ja, aber wahrscheinlich eher zur Identität. Nö, einfach nur um diesen Gleichbehandlungs-Dingst zu machen. Und ich meine, die Identifikation ist jetzt auch, so, also Identifikation ist nochmal ein anderes Thema, aber die Leute haben individualisierte Klausuren bekommen, weil man ja potenziell kommunizieren kann. Und ich habe es halt diesmal so gemacht, dass es pro Thema nur drei oder vier verschiedene Aufgaben gab. Einfach, dass der Pool nicht so groß ist, dass die Korrektur einfacher wird. Ah, okay. Und das war die Sache, wo ihr die Aufgaben nochmal einzeln rausgegeben habt, oder? Um die besser zu korrigieren? Oder war das eine... Nee, nee, das war was anderes. Aber einfach um, damit es nicht so viele verschiedene Musterlösungen gibt, in die man sich eindenken muss, dann halt so drei oder vier. Das macht die Korrektur halt so ein bisschen einfacher. Aber dann gibt es halt trotzdem... 1,24 Millionen. Naja, dann kommt man jetzt auf... Was sagen wir? 10 hoch... Also, nee, 4 hoch 10. Also wenn jetzt 3 hoch 10 oder 4 hoch 10 rechnen ist, das ist immer noch ganz schön viel. Huge. Selbst, 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 2 hoch 10 wäre ja 1024. Wie gesagt, bei 20 Studis leichter Overkill. Immer, immer noch, immer noch mehr als genug, was man halt braucht. auch an Variabilität. und dann was halt spannend ist, weil ich aber kein Papier einsammeln wollte und weil diese ganze Korrektur halt online stattfinden sollte und Bewertung und auch Einsichtnahme und Archivierung, das wollte ich gerne alles in einem komplett digitalen Prüfungsworkflow haben, haben die Studierenden halt am Ende ihre Kamera genommen, Fotoklick, und haben halt ihre Lösung abfotografiert im Hörsaal und haben sie halt direkt aus dem Hörsaal in das Moodle hochgeladen. Im Hörsaal, ja klar. Also unter der Dokumentenkamera? Nee, einfach mit ihrem Handy. Ah, mit ihrem eigenen Handy. Mit ihrem eigenen Handy. Auf jedem Aufgabenzettel war für jede Aufgabe wieder ein Coyaco drauf, ja, fotografiert diese Aufgabe ab, laden sie halt da hoch und das hat auch, auch, naja, so semi gut funktioniert. Also es gibt natürlich immer Leute, die dann trotzdem, also wo du halt einen riesen Schatten drauf hast, ja, weil dann die Beleuchtungsverhältnisse oder die so gefühlt, weiß ich nicht, auf was man seine Kamera einstellen muss, das auf einem Panoramamodus oder so, da war noch der halbe Tisch oben und der halbe Tisch unten oben und das Blatt so klein in der Mitte, also an der Medienkompetenz der Schule, ein Blatt vernünftig abzufotografieren und irgendwie in einem sinnvollen Dateiformat abzuspeichern, da kann man auch nochmal arbeiten, obwohl das halt schon ja eigentlich auch mehrere Semester lang geübt wurde. Also fast ein Video draus machen können. So, aber das Coole ist jetzt eben, dass die Bewertung komplett online stattfand, dass die Studis, wenn eine Aufgabe bewertet wurde, sofort sehen, okay, die Aufgabe wurde jetzt bewertet, ich habe die und die Kommentare, ich habe die und die Punkte bekommen, auch im Zweifel dann halt bei mir nachfragen und sagen, warum habe ich dann so wenig Punkte bekommen, ich aber halt zum Beispiel auch aus Kazan dann halt reingucken konnte und sagen konnte, naja, sie haben halt das und das richtig und das und das falsch und deshalb ist das halt so und das hätte ich halt in dieser papierbasierten Variante halt nie machen können. Wie habt ihr denn die Dateibenamungen? Wenn ich jetzt so, das macht das Moodle automatisch. Weil das wäre jetzt so ein praktischer Aspekt, wo ich sagen würde, ah, das macht das halt automatisch, ordnet das dann eben direkt den Leuten zu und ordnet auch die Bewertung direkt zu. Also das ist eigentlich ein sehr netter Workflow, der das total einfacher macht, als wenn man jetzt sagen würde, jeder Student lädt das irgendwo in eine Nextcloud hoch und dann gibt es irgendwo anders eine Tabelle. Das ist ein armen Hiwi, der 16 Stunden lang nur Dateinamen ändert. So nach dem Motto. Ja, okay. Und das heißt, also nochmal, also ich will ja mal so präzise verstehen, das heißt, ihr nehmt euer Handy mit, QR-Code-Scanner neben der Aufgabe war die Moodle-Submission, die Abgabe nehme ich an und dann hat man oder man macht vorher ein Foto, QR-Code auf Moodle und lädt dann hoch und der holt das für zehn Aufgaben. Okay, für zehn Aufgaben gab es zehn Abgaben. Genau. Aber das war das, wo auch der Tobias nachgefragt hat, warum du nicht eine Abgabe hast. Genau, das war die zehn. Genau, weil ich halt für jede Aufgabe dann ja automatisch eine einzelne Punktzahl habe, weil unterschiedliche Prüfer dann unterschiedliche Aufgaben machen. Muss man das halt nicht. Und ich meine, das war früher nämlich bei Papier auch ein Problem. Du hast halt Aufgabe 8 kontrolliert und dann hast du mal, okay, Aufgabe 1, okay, Aufgabe 2. Na klar. Du hast halt so durchgeblattet durch das Papier. Ich meine, jetzt hast du halt geguckt, du hast halt nur Aufgabe 8 gesehen, wenn du Aufgabe 8 kontrolliert hast. Das ist ein cooler Middle-Ground zwischen ich randomisiere die ganze Klausur, weil dann kannst du eben nicht mehr Aufgaben basieren. Die Erfahrung haben wir letztes Jahr in der Klausur gemacht. Dann geht es eben nicht, weil dann hast du komplett den Zufall, den du ja wolltest für die Klausur. Aber auf der anderen Seite, wenn du es Aufgaben basierst, ja doch, das ist eigentlich noch zu einer Middle-Ground. Und es war, wenn man so will, wie eine Online-Prüfung. Ja. Bloß, dass sie halt dann, weil man eben doch die Studierenden besser authentifizieren kann, eben im Hörsaal stattfindet. Okay, aber die habt ihr dann per Uni-Ausweis im Hörsaal. Ja, genau. Wärst du das wieder so gemacht? Na, also auch im Hörsaal. Ich hatte halt auf diesem QR-Code-Papier unten so ein Ding freigelassen, da sollten sie halt nochmal ihren Studierendenausweis draufpacken beim Abfotografieren. Und genau auf die Art und Weise hatten wir das ja auch in der Online-Prüfung gemacht. Also das, was sie halt abfotografieren, da soll bitte immer nochmal ihr Studierendenausweis mit drauf sein. Okay. Weil das ja wie so ein Siegel. Ja, wie so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, in dem du halt sagst, ja, also es wird halt von dem Studenten-Account hochgeladen. Ich meine, der macht ja eine Authentifizierung im Moodle. Ja, der zweite Faktor ist der Studierendenausweis. Am Ende musst du halt dann doch einfach darauf vertrauen, dass die Person, aber am Ende Vertrauen und Transparenz sind die Grundlage. Ja, am Ende musst du auch ja, das gehört zum Erwachsenen sein halt irgendwie doch dazu. Also näher muss man, aber es klingt nach und ich meine auch den Prozess habt ihr ja über die, jetzt durch die vier, fünf Semester gut ausprobiert. Ja, cool. Und das Letzte, was ich erzählen kann, ist, in Kazan mit den Studis dort und damit können wir den Bogen zum Anfang spannen. Oh ja. Und dann kommen wir auf Schluss. Wie geplant. Also, ob wir jeweils auch nicht sein hätten. Hauptsache, ich wusste, dass ich herfahre und nach dem Kaffee war, was machen wir denn eigentlich jenseits von Kazan? Don't mention the wall. Ja. Da hatte ich ja letztes Jahr auch das Problem und das ist halt, da merkt man wirklich, dass halt Corona was kanalisiert hat und was sozusagen in Gang gesetzt hat, war ich ja letztes Jahr auch das Problem, mit den Leuten Online-Prüfungen zu machen und natürlich war klar, ich kann die nicht von hier aus in Russland irgendeine Kamera überwachen, das heißt total albern, ich weiß auch nicht, was die da machen. Also da habe ich halt gesagt, okay, ihr kriegt wieder alle ähnliche Aufgaben, aber sozusagen randomisierte Zahlenwerte, randomisierte Sachen und was ihr dann macht und was ihr nutzt und ob ihr Open Web und Open Book und was auch immer, ist mir eigentlich wirklich egal. Am Ende hätte ich gerne irgendeine Lösung für die Aufgaben und zwar in der, naja, doch relativ begrenzten Zeit. Ja. Und das habe ich jetzt mit den Studis, obwohl sie ja vor Ort waren und Präsenz waren, auch gemacht. Ich habe gesagt, ich weiß sowieso, liebe russische Studierende, dass ihr super gern sozusagen euch austauscht während Prüfung und dass das sowieso eigentlich nicht zu unterbinden ist, es sei denn, man setzt euch alle mit absurd weiten praktisch Corona-Abstand auseinander. Also unterhaltet euch während der Prüfung, tauscht euch aus, ist mir eigentlich vollkommen egal, was ihr macht. Es geht bitte niemand aus dem Raum raus, es kommen bitte keine zusätzlichen Leute in diesen Raum rein. Das war sozusagen die Prämisse. Nutzt eure Handys, nutzt Computer, nutzt das Internet, macht was ihr wollt. Jeder von euch kriegt ein bisschen andere Aufgaben und wenn ihr denkt, dass ihr die sozusagen zusammen schneller lösen könnt als jeder Einzelne, dann macht das halt bitte. Ich glaube, nach dem Prinzip arbeitet die Wirtschaft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe da glaube ich mal vor, ich habe ja noch nie in der Wirtschaft gearbeitet, muss ich mal sozusagen sagen. Keine Ahnung, könnte so sein. Ich glaube, da geht es nach Effizienz und nach Problemlösungsfähigkeiten und da arbeitet man auch nicht. So und das Spannende war, dass die Studis dann, also weil das wahrscheinlich für sie, die haben ja auch immer Ist der verrückt, das ist eine Falle, das ist doch. Also die haben dann schon sich ausgetauscht, die haben schon, also die haben sich auch mal umgedreht und haben auch mal mit denen noch dahinter und so, aber ich hatte extra hinten eine Kamera zu laufen, weil ich hier gedacht habe, die stehen mal auf und dann gehen die mal zum Computer oder so. Aber die saßen eigentlich die ganze Zeit da, die haben sich mal schon ein bisschen umgedreht aber es ist auch nicht, dass die so mal richtig laut geworden sind, sondern die haben, also die haben das schon, die haben sich unterhalten, aber immer so mit, ja wir wollen auch die anderen nicht stören, wir wissen, die anderen rechnen auch, die versuchen sich zu konzentrieren an die Worte immer und das, also ich sag mal so, warum das nicht auch mal in Deutschland machen? Ja, nee, mir fällt jetzt auch, also natürlich Regelungen und auch das Constructive Amusement Bild von, wir haben einen Mittel gegen Kipps gefunden, ja, bei der Prüfungsordnung steht Klausur, ja, ist halt nicht, weil ist nicht, aber abgesehen davon fällt mir jetzt kein Grund ein, zumal man auch Gruppenpräsentationen oder Arbeiten, also dieser Versuch, etwas, wir lernen zusammen, aber wir werden auch Gedeih und Verbrechen zusammen, einzeln geprüft, gerade wenn es um eine Problemlösungsfähigkeit geht, ja, und das Spannende war, auch da von den Noten, ich meine, das waren ja nur zehn Leute, war von eins bis zwei Komma sieben alles dabei, ja, ist doch okay, also Noten als arbitrares Mittel, eine Ordinalskala, also ist halt auch irgendwie nur der Versuch zu sagen, ich verstehe auch gerade so in den Ingenieurs oder auch in natürlichwissenschaftlichen Fächern, finde ich es manchmal auch gerade schwierig zu sagen, so, was ist denn eine 2,3 oder auch was spiegelt denn diese Note an Kompetenz in den gleichen Abstrichen, ja gut, aber das ist halt irgendwie so, ja, hast die Sicherung nicht komplett vergeigt, es werden, es werden immer nur halb gestorben, also was ist das in Kompetenzen, das fällt mir einfach irgendwie manchmal schwer, aber auch bei, was ist denn eine Literaturanalyse, 2,7 oder eine 3 minus früher in der Schule, jo, sagt irgendwie nicht ganz so viel aus, außer dass du weitermachen darfst für die nächste Prüfung, wo wir dich über ins nächste arbitrares Mittel, aber gut, bevor wir jetzt noch weitere zwei Stunden über Prüfungskulturen und Szenarien sprechen, würde ich sagen, haben wir mit doch über zwei Stunden, nicht nur die 19. Folge, verabschiedet, sondern auch den längsten Stream, wenn ich das so richtig einschätze, genau, und mit vier Lichtern und vier Kameras verabschieden wir uns hiermit, vielen Dank fürs Einschalten, wir laden die wieder auf YouTube hoch, wir müssen die anderen Folgen noch kapitelmarken, ja, aber in sich, es ist schon hochgeladen, wir sind fast fertig, es sind sozusagen die 2,7 der YouTube Video Uploads und ein besseres Ending finde ich nicht. Vielen Dank.